Musik 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 Da dürfte einem fast das Ohr geplatzt sein oder haben bei dem einen oder anderen, denn ich hatte es gerade doppelt an, aber ihr kennt mein kleines Wuppa mit der Technik und ich begrüße euch recht herzlich da draußen zu einer schönen neuen Folge im Westen, dem Drittliga-Format, jetzt immer hier montags abends mit wechselnden Gästen und bevor der eine oder andere geht, gleich abschaltet oder ausschaltet, bitte nicht erschrecken, ich habe es angekündigt, der Felix, der Felix Herzenbruch, der wird gleich noch zu Gast sein, so ab circa 20.45 Uhr und ihr könnt es auch gleich in unseren Themen sehen, ich blende es mal ganz kurz ein, damit der eine oder andere sich jetzt hier nicht komisch vorkommt, wir werden im dritten Themenblock circa dann ab 20.20, 20.45, werden wir exklusiv natürlich über die Breaking News sprechen, Markus Ulig und Rot-Weiß Essen werden oder gehen getrennte Wege, darüber sprechen wir exklusiv mit dem Felix, Felix Herzenbruch ab 20.45 Uhr, ich möchte das nur nochmal erwähnen, weil es der eine oder andere gerade im Chat gesehen hat, beziehungsweise im Stream, in der Ankündigung, es war bis gerade eben was ganz anderes geplant und deswegen wollen wir ihn jetzt mal mit reinholen und es ist gar nicht, ja, abwertend gemeint, lieber Simon, aber du hast wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, nicht Respekt, aber du hast wahrscheinlich Verständnis dafür, dass wir gleich darüber sprechen müssen, ich begrüße dich recht herzlich zu einer schönen Folge, denn wir wollen heute insgesamt über die dritte Liga sprechen, den 27. Spieltag kurz anreißen und in erster Linie mal so Themen mit reinnehmen, Stadionerlebnis, Groundhopping und generell, wo kann man sich am besten mal in der dritten Liga rumtreiben, denn, kleine Anekdote, bevor ich dich jetzt mal zu Wort kommen lasse, wir haben uns ja auch am Freitagabend noch in Münster getroffen, da gibt es vielleicht auch nochmal was zu berichten, ich grüße dich und sage, schönen guten Abend, der Simon ist jetzt hier am Start, er ist bekannt im Marketing oder treibt sich dort dementsprechend rum, vertritt seinen Sohn heute Abend mal bei Tony on Tour, könnt ihr gerne mal auf YouTube immer mal reinschauen, gibt immer nette Stadionvlogs und ist bekennender Fußballanhänger, ich sag mal, Traditionalist, schönen guten Abend. ... oder andere zum Thema Stadien hier loswerden kann, darf, soll, wie auch immer. Klassiker, ich übersetze nochmal, du hast gerade gesagt, vor zwei Jahren warst du das letzte Mal da, auch dort wieder Ton fehlte gerade, jetzt läuft aber alles, ihr müsst das entschuldigen, ich kann euch nur sagen, oder wir geben euch das mal mit auf den Weg, Viertel nach fünf, Feierabend gemacht, Fitnessstudio gegangen, gerade noch gegessen, den Stream umgewandelt, denn Breaking News, wie gesagt, Markus Ulich und die Thematik, ab 20.45 Uhr circa, der Herze wird hier zu Gast sein, ich kann es immer wieder nur wiederholen, aber der Simon ist dementsprechend hier, wir hatten bis kurz vor diesen Breaking News noch was ganz anderes geplant, wir sprechen jetzt, lieber Simon, zunächst mal über die dritte Liga, nachdem wir gerade festgestellt haben, wir haben uns am Freitagabend in Preußen Münster, beziehungsweise in Münster getroffen und dementsprechend ist es eins dieser Stadionerlebnisse, was uns mit Sicherheit wieder ein bisschen näher gebracht hat, auf der anderen Seite gibt es ja auch ein bisschen sportlich was zu erzählen und dementsprechend werde ich es hier mal für alle nochmal kurz einblenden, worüber wir letztendlich reden, wir sind ja hier bekannt bei uns auf dem Kanal, dass wir vorzüglich in erster Linie über die Westklubs sprechen, dementsprechend gehen wir das einmal kurz durch, für alle, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, denn es gibt ja hier auch vereinzelte Fans von anderen Vereinen, Preußen Münster gewinnt am Freitagabend schon 3-1 gegen den MSV Duisburg, dann haben wir natürlich, konnte man in dem Fall schon als Spitzenspiel titulieren, Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen, 2-2 unentschieden am Samstag, die Viktoria aus Köln, mein Gott, dass die jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, Wahnsinn, 2-1 gegen den SV Sandhausen unterwegs gewesen, dann Borussia Dortmund wahrscheinlich in einem der Spiele, Ole Pullmann wäre jetzt hier dieses Stichwort, erzielt drei Tore beim 3-4-Auswärtssieg der Amateure, ist ja nicht immer so gern gesehen, hatten wir letzte Woche mit Marlon auch ganz kurz drüber gesprochen, und dann haben wir aus Westklubsicht noch die Bielefelder, die letztendlich nicht von der Stelle kommen, und den SCFern möchte ich natürlich nicht unterschlagen, die sind alles andere als in der Spur unterliegen den Münchner Löwen mit 0-1, ergibt folgendes Tabellenbild, Borussia Dortmund klopft an die Ausstiegsränge ran, Ha, 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 dürfen wir in dem Fall aber natürlich nicht aussteigen, Preußen Münster tauscht so ein bisschen die Plätze, jetzt auf Rang 5 mit 43 Punkten, genau wie RWE mit 43 Punkten auf Platz 6, und die weiteren Westklubs folgen, und der MSV Duisburg leider Gottes unter dem Strich anzusiedeln, also somit der einzige Westklub, der im Moment noch in der Bredouille ist, also zumindest in der akuten Bredouille. Simon, irgendwas Überraschendes für dich dabei? Irgendein Highlight, wenn wir jetzt einfach mal da so kalt rein starten, oder würdest du sagen, ja, schon erwartbar, Spitzenspiel, fangen wir damit mal an, Dresden gegen Rot-Weiß Essen 2-2? An Ergebnissen, was man vorher so tippen kann, im Spielverlauf dann wahrscheinlich glücklich für den RWE dann einen Punkt mitgenommen zu haben, oder ich glaube, der Torwart war da maßgeblich für verantwortlich. Ansonsten Überraschung, ja, vielleicht, dass Viktoria gegen Sandhausen den Dreier holt, aber man muss auch vorm Spieltag jetzt aus Duisburgersicht natürlich sagen, dass da schon so alle Spiele, die für uns relevant waren, waren dann irgendwie am Sonntag, wir spielen Freitag, Halle spielt gegen Lübeck, Mannheim dann in Freiburg, Biedefeld bei auswärts in Saarbrücken, wo man schon so gedacht hat, wenn es schlecht läuft, läuft es ganz schlecht, und es lief zumindest mal so halb schlecht, ja, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel verloren, was man wahrscheinlich so nicht hätte verlieren müssen, Halle zieht ganz souverän das 3-0 gegen Lübeck erwartbar und schon sind es wieder fünf Punkte und alles dazwischen für mich keine großen Überraschungen bei, wie gesagt, außer vielleicht die Viktoria gegen Sandhausen. Ja, du hast gerade angesprochen, wenn wir nochmal ganz kurz zurückrudern zum Thema Dresden gegen Essen, da möchte ich natürlich noch mit auf den Weg geben, und zwar die Torschützen zum einen, das ist einmal Cedric Harenburg, siebte Minute für RWE, schon relativ früh getroffen, nach einer schönen Kombination, Kombinationsspiel in dem Fall von Obus, der dort den einlaufenden Cedric Harenburg, das hat mir sehr gut gefallen, da erkennst du einfach die Eingespieltheit, mittlerweile das Selbstvertrauen vom Setti auch, sechstes Saisontor, schön vollendet, keine Chance für den Torwart, das hat schon sehr, sehr gut ausgesehen, dann war es aber Zimmerschied, einer der Unterschiedsspieler auch bei Dresden, kann man so sagen, glaube ich, in dieser Saison, mit einem ersten Tor von zwei an diesem Abend, elfte Minute, also postwendend der Ausgleichstreffer, nur wiederum damit Thomas Eisfeld auf 1 zu 2, 34. Minute stellte, so ein klassisches Tor, also aus dem Halbfeld heraus ein Freistoß mit Zug zum Tor, mit der rechten Innenseite, alle springen mehr oder weniger vorbei, Ball setzt nochmal undankbar auf vom Torwart, da geht es halt ins lange Eck rein, und auf der anderen Seite war es dann wiederum Zimmerschied, der in der 47. Minute das 2 zu 2 erzielte, also dort konnte man vielleicht als RWE-Fan schon ein bisschen Böses erwarten, denn kennen wir wahrscheinlich alle so psychologisch, kommst aus der Halbzeit raus, er zielt sofort das 2 zu 2, die andere Mannschaft schluckt diesen Gegentreffer, und dann kann man schon manchmal Böses erahnen, aber du hast es gerade richtig gesagt, Simon, auf der einen Seite, ich glaube es waren 18 oder 19 Ecken für Dynamo Dresden, also echt schon eine Wucht, die dahinter steckte, mit den Fans im Rücken, es waren mehr als 30.000 Zuschauer da, und ich weiß gar nicht, wie viele Paraden Jakob Goz an den Tag gelegt hat, Wahnsinn, wenn wir jetzt natürlich mal so die Karten offenlegen, wir waren beide am Freitag in Münster, überrascht das trotzdem zum einen, dass du bist ja auch bekennender Anhänger eines weiteren Drittliga-Podcasts, und zwar bei den Kollegen von Magenta, die sprechen da auch regelmäßig darüber, und jeder, der denen zum Beispiel folgt, wird ja auch wissen, dass auf der einen Seite vor Wochen schon Dynamo Dresden prognostiziert wurde, ja, ich kann mir vorstellen, dass die auch am 30. Spieltag schon durch sind, und jetzt mit so einem kleinen Negativerlebnis, als auch so nach dem Motto, dass öfter mal von ihnen verlangt wird, gerade vom Traineranfang, zu sagen, hey, wir sind doch Dynamo, Brust raus, mal nach vorne gehen, und nicht immer klein und schlecht reden, wie nimmst du das so wahr, sagst du, das könnte jetzt wirklich nochmal eng werden, so Mannschaften wie Ulm und Münster, die haben ja halt einen Lauf, die kommen jetzt gerade von hinten nochmal ran, an Tabellenplatz 2 beispielsweise. Okay, ich glaube, am Ende des Tages geht es trotzdem um Platz 3. Ich denke, du weißt ja selber, du hast ja selber Fußball gespielt, dass dann bei Jan Regensburg zum Beispiel dann die allerletzte Spannung auch irgendwann raus ist, und dass du irgendwie das Gefühl hast, ach, du machst nichts, wenn ich jetzt mal ein, zwei Spiele liegen lasse oder sowas, und wenn es dann darauf ankommt, habe ich ja permanent ein Gefühl, kann da wieder angezogen werden. Dresden ist es noch so, vielleicht nicht so 100% safe, von Punkten sowieso nicht, am Ende des Tages glaube ich aber, dass die Qualität in beiden Mannschaften entscheidend sein wird, und dass für mich trotzdem diese beiden Mannschaften aufsteigen. Vor der Saison hatte ich nur Dresden auf dem Zettel Regensburg nicht unbedingt so, da war ich schon eher bei Sandhausen, wenn man jetzt so die Einzelspieler sich anschaut und so weiter und so fort, und am Ende wird es irgendwie meiner Meinung nach ein Spiel um Platz 3. Ja, das haben wir ja auch gerade in der Tabelle gesehen, ich kann es ja an dieser Stelle nochmal ganz kurz einblenden. Und schwupsiwups, da haben wir es. Wir sehen also jetzt gerade, dass Dresden auf Tabellenplatz 2 mit 50 Punkten, drei Punkte, also hinter Jan Regensburg, die ja quasi als Favorit auch mitgehandelt wurden, als Absteiger dementsprechend direkt wieder oben dabei. Ulm mit Sicherheit einer der größten, oder wenn nicht gar sogar die größte Überraschung auf Tabellenplatz 3. Und dann habe ich es gerade gesagt, wir waren am Freitag in Münster zu Gast, die haben sich jetzt sogar vor Rot-Weiß Essen geschoben, das wird den Essenern wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen, wenn einer der größten, wahrscheinlich der größte Rivale der letzten Jahre mal eben dran vorbeigezogen ist, auch wenn es hier wirklich nur ums Torverhältnis geht, das muss man fairerweise dazu sagen. Was ist mit deinen Erfahrungen jetzt vom Freitag beispielsweise im direkten Duell noch von Preußen Münster zu erwarten? Erstmal muss ich korrigieren, ich glaube der größte Rivale ist und bleibt der MSV Duisburg für Rot-Weiß Essen. Ich glaube, wenn überhaupt eine sportliche Rivale in den letzten Jahren, aber sicherlich nicht der, wenn es ums Derby oder ums Prestige geht irgendwie. Grundsätzlich fand ich Münster jetzt in dem Spiel gegen uns gar nicht so stark. Ich glaube, dass die rote Karte das Spiel irgendwie ein bisschen gekippt und gedreht hat. Ich hatte schon das Gefühl, ich habe da die Eigenart, mir Niederlagen nicht nochmal anzugucken. Ich kriege es irgendwie nicht gebacken. Ihr müsst das ja wahrscheinlich machen für die Sendung manchmal. Deswegen könnte ich es schon nicht moderieren, hätte ich irgendwie keinen Nerv drauf. Ich hasse es, mir Niederlagen nochmal anzuschauen. Aber so live würde ich sagen, gehörten die ersten 25 Minuten uns. Wir hatten zwei Top-Chancen. Wie gesagt, aus meiner Sicht habe ich auch bei dir im Vlog gesagt, die eine muss, die andere kann. Ich fand jetzt Münster da nicht so, hat für mich nicht gespielt wie ein Aufsteiger. Ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird, um da irgendwie auf Platz drei zu landen. Jetzt ist ein Lauf da. Klar, es ist vielleicht so eine Saisonphase, die jetzt gerade da ist, wo man dann nachher vielleicht rückwirkend, wenn man auf die Saison guckt, schaut und sagt, okay, wir hatten einen guten Lauf, der meiner Meinung nach, ist ja alles konjunktiv, aber der voraussichtlich auch irgendwann wieder enden wird. Deswegen, ich denke nicht, dass Münster oben ein Wörtchen mitspielen wird. Da haben wir ja gerade so... Reden wird. Ja, kein Thema, kein Thema. Wenn wir jetzt gerade, oh, jetzt sehe ich gerade, dass ich zum Beispiel noch die Markus-Ulik-Folie eingeblendet habe. Keine Angst, liebe Leute, wird gleich noch das Thema werden. Dann nehmen wir uns richtig viel Zeit für. Der Herze ist ab 20.45 Uhr am Start. Jetzt habe ich gerade mal kurz auf den Magenta-Podcast angezielt. Und da wird ja auch öfter mal über die Aufsteiger gesprochen. Letzte Folge war, glaube ich, auch der Kapitän von der SSV Ulm zu Gast. Und ich finde, ganz oft wird auch dort thematisiert, dass zum Beispiel gerade in den Aussteigern immer diese Euphorie mit auf den Weg gegeben wird der letzten Saison. Kennt man natürlich auch anders, aber es ist schon irgendwie ein bisschen auffällig, dass gerade in der dritten Liga zumindest, aus meinem Gefühl heraus, so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, siehe zum Beispiel auch Elversberg, sehr, sehr gute Rutsche letzte Saison schon. Essen hatte sich zumindest dann ab einem gewissen Zeitpunkt stabilisiert, ist angekommen, auch letztes Jahr schon in der Liga. Viktoria Köln gehört schon mittlerweile zum Inventar, genau wie der SCV, wo man es ja auch jedes Jahr irgendwie gefühlt nicht glauben kann. Ist das wirklich so, dass man sagt, jetzt nochmal gezielt auf Preußen Münster, weil wir uns, glaube ich, beide einig sind, du hast es gerade gesagt, ich kann da nur komplett mitgehen, dass ich glaube, dass auch Preußen Münster jetzt nicht unbedingt noch auf die ersten drei Plätze kommen wird. Ist das so, dass das irgendwie so fließend übergeht, dass man als Regionalliga-Aussteiger dann in dem Moment keine Probleme mehr in der dritten Liga hat? Ich weiß nicht, also ich finde, die dritte Liga hat es schon, also da bin ich bei dir, das ist schon ein bisschen dieses Phänomen, dass ein Aufsteiger dann hochgeht und wirklich über eine lange Distanz, das so hält, schon irgendwie ein Drittliga-Phänomen ist. Also ich glaube, auch in der dritten Liga, wie du gerade selber, du hast die Beispiele genannt, gibt es sicherlich ein paar mehr Beispiele, die dann wirklich gute Runden auch gespielt haben nach dem Aufstieg. Oft ist es ja so, in der ersten und zweiten Liga, dass der Aufsteiger dann irgendwie die Hinrunde gut spielt und zur Rückrunde einbricht oder irgendwie so eine gewisse Phase hat, wie wir jetzt bei Münster haben und dann irgendwann wieder einbricht und da gibt es jetzt genug Gegenbeispiele in der dritten Liga, wo es nicht so war. Ich kann dir aber nicht 100 Prozent sagen, warum das so ist. Ich glaube natürlich, es gibt immer so, viele diskutieren ja immer, wo ist der Sprung am größten sportlich, zwischen welchen Ligen. Reden wir jetzt hier Zierksliga zu Landesliga oder Oberliga zu Regionalliga. Ich glaube, dass die Regionalliga, also nicht alle, also ich glaube, da gibt es auch ein Qualitätsgefälle, wenn man jetzt die West nimmt im Vergleich zu Nord oder irgendwie sowas, da gibt es sicherlich einen Qualitätsunterschied, aber dass die Regionalliga, gerade die oberen Mannschaften schon durchaus ein sehr, sehr gutes Niveau da an den Tag legen und dass es da der Unterschied vermeintlich vielleicht auch am kleinsten ist plus der Faktor Kopf und dass du mit dieser Euphorie reingehst und dass es dann aufgrund dieses kriegen Qualitätsunterschieds nicht so ist, dass du direkt irgendwie wieder einbrichst oder so wie in anderen Ligen, aber mehr Vermutung oder mehr These als, dass ich die Aussage irgendwie belegen könnte oder so, außer mit den Beispielen, die es dann irgendwie tun. Die Ausführung führt mich jetzt auch zu unserer Frage des Tages und ich habe jetzt gerade einfach mal reingeschrieben, wer steigt auf? Aus West-Club-Sicht macht es natürlich Sinn, hier nochmal Münster und Essen reinzuwerfen, alles andere wäre, glaube ich, komplett utopisch, Dortmund natürlich, in dem Fall ausgeklammert, deswegen Münster, Essen oder keiner der beiden in dem Fall. Das Ganze haben wir jetzt zur Abstimmung freigegeben und ich will euch natürlich nicht vorschreiben, was ihr drücken müsst, aber keiner braucht sich schämen, wenn er zum Beispiel sagt, naja, keiner der beiden und ihr könnt ja trotzdem Fan von einem der beiden sein, weil es geht hier darum, nicht was euer Herz sagt, sondern was so rein qualitativ einfach machbar ist, weil viele schreiben natürlich hier schon zu Recht, wir spielen eine geile Rutsche und wir bleiben einfach irgendwie oben mit dabei und ich glaube für beide, würde ich auch schreiben. Ja, ich würde es auch nehmen für meinen Verein. Toll so, toll so. Und ja, dementsprechend, ich grüße hier mal an dieser Stelle ein paar Leute, den Pascal aus Essen, 1907 E, dann haben wir den Jörg aus E, dann haben wir den Andreas Frenkel, Stauder 1907, Thomas Rose und viele, viele weitere, ich habe auch vorhin die Mona hier gelesen, seid gegrüßt, der Herze ist gleich hier am Start, da sprechen wir natürlich ausführlich drüber und ich habe noch eine interessante, was heißt interessante Geschichte, aber ich habe noch ein Bildchen vorbereitet, da können wir mal durchgehen und zwar, das machen wir jetzt hier jede Woche, passend zu den Ergebnissen hat der Kicker mal wieder seine Benotung zur Elf des Tages rausgegrauen und da sehen wir nämlich auch nochmal Folgendes, Jakob Golz, das wird die Essener freuen, zu Recht, wahrscheinlich mit 100 Paraden an diesem Spieltag gefühlt, mit der zweiten Nominierung zum Spieler oder beziehungsweise Torwart des Tages, dann haben wir Jakob Niedfeld, Scherder, Kammerknecht von Dresden und von Münster jemanden dabei, Dennis von Halle, davor, Meester von Viktoria Köln, Bonga Halle, Zimmerschied, gerade schon angesprochen, Ole Polmann mit drei Toren und Gerrit Wegkamp, der ebenfalls zwei Tore beisteuerte. Simon, du hast vorhin gesagt, währenddessen wir noch die Ergebnissgrafik hier sehen, jetzt nicht mehr, Münster hat jetzt auch nicht so überzeugt. Natürlich kann jetzt jeder die Review vom MSV-Spiel in Münster, kann sich gerne nochmal in WeLive hier von uns gestern Abend anhören, aber mal kurz und knapp zusammengefasst, woran hat es gelegen? Jetzt aus Münster-Sicht oder aus unserer Sicht? Ja, aus unserer Sicht. Münster kann ja zufrieden sein, ich meine, die haben unterm Strich drei Punkte, ne? Können wir euch das sagen. Ja, genau. Ja, an der roten Karte. Punkt. Also, was soll ich da groß zu sagen? Damit ist die Begründung abgegeben. Das hat das Spiel meiner Meinung nach im Kopf gestellt. Ich glaube, an dem Tag, so vom Gefühl her, war irgendwie was drin. Wir haben ja selber kurz gesprochen, auch in der Halbzeit eben gesprochen, war irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, irgendwie ein komisches Feeling an dem Abend. Jetzt nicht so dieses, ich weiß nicht, also ich bin hingefahren, ich glaube Münster, ich mag alte Stadien ohne Ende, wirklich, aber ich glaube Münster braucht echt eine Sanierung irgendwie. Da kam unheimlich wenig rüber, so aus der Heimtribüne, was sicherlich an dem Knick liegt, an der Laufbahn, kein Dach. Oh, das würde mir als aktiver Fan, glaube ich, mega auf die Nerven gehen und wie gesagt, bei aller Liebe zur Tradition und zu diesen alten, schönen Stadien, aber das war Freitag irgendwie, weiß ich auch nicht. Also eine komische Stimmung, komisches Spiel, komischer Spielverlauf, irgendwie, weiß ich nicht. Also, aber ich hätte auch aufhören können, nachdem ich gesagt habe, an der roten Karte. Also von daher, an der roten Karte. Jetzt gab es gestern noch ein Thema, weil wir wollen ja hier generell nicht immer jedes einzelne Spiel behandeln, sondern generell über den Spieltag, den kurz zusammenfassen, ab Montags jetzt hier immer 20 Uhr und so ein paar News mit reinbringen. Jetzt gab es noch im Hintergrund so einen kleinen Aufreger, Reviersport hat auch gerade nochmal exklusiv darüber berichtet. Marvin Knoll ist aus dem Sattel gegangen, er wurde angeblich von einem Fotograf beleidigt. Wie können wir das einsortieren oder einordnen? Weil ich glaube, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein 34-Jähriger, der so eine Karriere hingelegt hat, das jetzt mal eben erfindet, aufgrund dessen, dass der MSKV gerade verloren hat, weil man könnte jetzt sagen, böse Zungen würden behaupten, daran ist er ja mittlerweile gewohnt. Zwei Blickwinkel. Also einmal bin ich bei dir, ich glaube auf keinen Fall, dass Marvin Knoll, so auch vom Typ, und ihr kennt ihn ja sogar noch besser als ich, aber auch ich würde behaupten, dass man das eine oder andere da gehört hat, irgendwie so eine Geschichte aus dem Ärmel zaubert. Also ich glaube, da wäre so einer der letzten, die ich mir im Kader da so vorstellen kann. Das Zweite ist, trotz alledem, dass so dieses Thema Beleidigung von Tribünen meiner Meinung nach auch ein bisschen heiß gekocht wird in den letzten Jahren, dass da schon so ein Trend in die Richtung geht, den ich ein bisschen unschön finde. Also wie gesagt, ist für mich immer so ein, weiß ich nicht, immer schwer, irgendwie was dazu zu sagen. Auf der einen Seite sage ich, ist immer noch Fußball, wenn du ins Stadion gehst und du spielst, ich will jetzt nicht sagen Derby, aber ein Bestduell, dass da irgendwie, dass du dir was anhören kannst, ist glaube ich normal, kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber muss man als Profi mit rechnen. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn Marvin Knoll was sagt, muss da definitiv auch was gewesen sein. Machen wir es so. Dann gibt es noch einen zweiten Aufreger, und das wird wahrscheinlich viele Leute hier auch im Chat so ein bisschen betreffen. Hast du mitbekommen, dass es eine unsaubere Szene noch in Dresden gab beim Spiel gegen RWE? In dem Fall, kurz vor Schluss war es ja Felix Götze, der den Ball auf der Linie mehr oder weniger aus der Gefahrenzone nach einem Ecken, nach einem Lattentreffer noch mal klären konnte. Und jetzt muss man ja zur Vorgeschichte sagen bei Felix Götze, dass er ja schon mal die ein oder andere schwere Verletzung auch rund um den Schädel, um den Kopf herum hatte. Hat ja auch eine Zeit lang mit Maske gespielt, beziehungsweise mit diesem, mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Hut, gar nicht böse gemeint. Peter, a la Peter Tschech dementsprechend. Und das sah schon echt, ich habe es mir vorhin noch mal angeschaut, das sah schon echt übel aus. Okay, habe ich nämlich nicht gesehen, deswegen wollte ich gerade sagen, kann ich nicht so viel sagen. Ich habe nur ein Reel gesehen, wo die Paraden vom Kollegen, Gold zusammengefasst wurden. Das war so mit das Einzige, was ich vor dem Spiel gesehen habe und die Stats irgendwie dazu. Aber ich habe die Szene nicht gesehen, deswegen, natürlich habe ich es gelesen, aber auch irgendwie, dass da noch Beleidigungen oder irgendwas, auch wieder Beleidigungen irgendwas sein sollte. Aber gesehen oder so habe ich es nicht, deswegen. Das wäre nämlich jetzt gleich mal ein charmanter Übergang auf Themenblock Nummer zwei, denn du warst ja schon oder bist ja in einigen Stadion unterwegs gewesen. Wir werden es gleich auch noch mal auf der Karte sehen. Aber dann gebe ich jetzt einfach noch mal meinen Senf dazu, weil ich habe gestern und heute sehr, sehr viel mich in verschiedenen Foren und diversen Medien rumgetrieben. Also das ist natürlich so ein Ding, wenn da ein verletzter Spieler mit der, ist eigentlich fast egal, welche Krankenakte oder welche Historie er um solche Verletzungen herum hat, macht es natürlich bei Felix Götze umso mehr, wie soll ich sagen, trauriger oder beschämend. Er wird dann da heruntergetragen und dann fliegen da noch Sachen auf ihn oder dann wird da hämisch applaudiert und so. Wie gesagt, ich war nicht live im Stadion, ich habe einfach nur zwischen den Zeilen jetzt gelesen, gebe das nur wieder, was ich gelesen habe. Ich will hier auch keine Behauptungen rauskloppen, aber ich glaube, wenn es überall berichtet wird, dann auch da wird was dran sein. Und in erster Linie natürlich an den Felix, man kennt sich auch über drei Ecken, alles Gute, gute Besserung, das ist glaube ich das Allerwichtigste. Pass gut auf dich auf, komm gut zurück und ich kann natürlich nur sagen, liebe Leute, egal in welchem Stadion, das gehört sich nicht, weil ich glaube, Fußball ist ein gesellschaftliches, kulturelles Gut, was natürlich auch Kindern, Familien, Spielern, Mitspielern, Freunden, Bekannten zur Verfügung oder zur Geltung kommen soll und damit haben wir natürlich gar nichts an der Brause. Also muss man ja ganz klar jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ja Simon, du bist eingeladen hier, weil wir generell mal über Themenblock 2 sprechen wollen und zwar über das gute Stadionerlebnis und jetzt haben wir vorhin mal angerissen. Dein Sohn, man mag es gar nicht glauben, der betreibt einen YouTube-Kanal und das Ganze aus der Entstehungsgeschichte heraus, ich würde mal so zusammenfassen, vom Papa zum Sohn, Papa sowieso jedes Wochenende in irgendeinem Stadion unterwegs, vorzugsweise Dritte Liga, aber auch immer mal wieder mit Abstechern, Traditionalist, hatte ich ja vorhin gesagt, zur zweiten, zur ersten Liga und wieder zurück und ich kenne das ja von meiner Family hier, dann infizierst du irgendwann deine Kinder, die entdecken das Ganze auch für sich, sind Feuer und Flamme und wenn man dann diese Kombination in der heutigen Zeit mit Social Media und Digitalisierung mit auf den Weg bringt, das vielleicht bei dem einen oder anderen noch sieht, entsteht da natürlich da was daraus. Kannst du ja mal ganz kurz sagen, ob ich das ganz gut zusammengefasst habe oder wie generell dein Sohn dort angefixt wurde in Bezug auf so Groundhopping-Geschichten? Groundhopping würde ich auch wieder im, weil ich ja sehr viele Groundhopper kenne, bei mir so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, viele würden sich ja beleidigt fühlen, dass was ich in meinem Leben gemacht habe, machen die wahrscheinlich in einem Jahr, deswegen würde ich den Begriff jetzt bei mir nicht nutzen, aber es ist natürlich schon so, dass ich recht viel unterwegs war in der letzten Saison habe ich 31 von 38 MSV-Spielen gemacht und auch noch mal 11 von der Eintracht, also es war schon ein sehr intensives Jahr, dieses Jahr war es nicht ganz so viel und meinen Sohn habe ich mitgenommen als erstes Mal zweieinhalb, einfach auch um den Bezug auch so zu Regionen über Generationen irgendwie dieses Tradition, wie du gerade sagst, das irgendwie so ein bisschen zu vermitteln und weil ich halt weiß, ich habe damals eine Jugend trainiert und dann ich kann mich an folgende Situation erinnern und dann habe ich gedacht, okay, eine Kinder Leibchen und habe geguckt, ach nee, wir nehmen die mit den Dortmund-Trikots gegen die anderen, da braucht man keine Leibchen und irgendwie ist es dann schon irgendwie so, fand ich dann so als persönliche Aufgabe, dem auch irgendwie das so mitzugeben, ich weiß nicht, wie ich es so richtig sagen soll, aber auf jeden Fall habe ich das Ziel erreicht, weil interessiert den alles nicht, also ich merke es einfach, der das Erste, was er am Freitagmorgen gesagt hat, wo er mit Magen und Darm dann Donnerstag lag, Papa, ich will nicht krank sein, ich will heute Abend nach Münster und alles andere hat den irgendwie nicht interessiert und ist natürlich schön und ich habe ihm ein paar Dinge gesagt, irgendwann hat er gesagt, ich will einen YouTube-Kanal dann machen und dann habe ich gesagt, okay, wir machen ihn aber bitte ein bisschen anders, auch wieder so aus der Tradition heraus, dass er gesagt hat, wenn wir im Stehplatz sind, film bitte drüber, nicht da rein filmen und solche Sachen, also dass man auf so ein paar Sachen einfach auch irgendwie achtet, die ich auch wichtig finde, weil ich glaube, dass viele Leute noch sehr viel mehr auch machen für ihre Vereine, als wir es jetzt tun und da habe ich im allergrößten Respekt vor und ziehe da meinen Hut und genau so wollten wir es irgendwie auch angehen auf dem Kanal, das hat er alles verstanden, versteht es mittlerweile von alleine, macht die Sachen auch zum größten Teil alle alleine, ergibt mir die dann, Irrmann sagt, ich ziehe die dann glatt, wenn da irgendwelche Rechtschreibfehler oder irgendwelche Setzfehler oder so drin sind, ich ziehe das dann für ihn glatt und dann lädt er das alles hoch und dann kombinieren wir so diese Hobbys, sage ich jetzt einfach mal und er ist schon sehr, sehr viel rumgekommen, natürlich testet man Irrmann, ich war das erste Mal mit ihm in Fürth, da war er sieben oder sechs, als ich dann gemerkt habe, okay, das erste Mal hat er auch verrückt bin ich Höhe Köln gefragt, wann wir denn zu Hause sind, da habe ich gemerkt, okay, der hat Bock darauf und dann hat man sich so angenähert und seitdem, ja, wir haben ja so eine kleine Gruppe, die dann immer fährt und der ist auch einfach gerne gesehen, auch bei meinen Freunden, nervt nicht, ist immer, hält durch und hat Bock drauf und mittlerweile brauche ich auch in keinster Weise irgendwie motivieren, ganz im Gegenteil, ich war jetzt in zwei Wochen nach Haching, da war nicht mit, für ihn eine absolute Höchststrafe, ja, aber es ist halt keine Tour, die man hinten zurückfährt, so wo man halt übernachtet und also, im Endeffekt, das ist aber schon richtig gesagt, wir sind viel rumgekommen, ich habe gerade mal geguckt, extra vor der Sendung, 16 der 20 Stadien, habe ich gesehen, Dresden, alte Stadion, Ulm hat in allen gespielt, sonst wären es 18, Haching und Lübeck folgen noch, also, ja, und er zieht da mit, er hat da Bock drauf und so ist der Kanal entstanden und halt mit ein bisschen anderen Ansatz, dass wir nüchtern, dass wir nicht im Stadion irgendwas reinreden, sondern es wirklich da um das Stadionerlebnis in erster Linie auch um die Ränge natürlich geht, aber mit gebührendem Abstand und Respekt vor denen, die da draufstehen und das ist so, das war so die Idee des Kanals, die ich ihm dann auch vermittelt habe und die er verstanden hat und die er auch umsetzt und wenn nicht, dann gibt es mal eine Korrekturschleife von mir, aber im Endeffekt ist das das Prinzip und Konzept dieses Kanals, genau. Zwei Dinge dazu, ich werde hier gleich im Anschluss, ich habe gerade schon versucht, ob ich es nochmal parallel machen kann, ich werde das Ganze hier in dieser Videobeschreibung nochmal verlinken, könnt ihr gerne mal reinschauen, liebe Leute, lasst gerne mal ein Abo da und auf der anderen Seite, wir haben ja im Vorfeld damals zu dieser Entstehungsgeschichte auch das ein oder andere mal kurz gesprochen und was mir natürlich daran gefällt, ist der Bezug zwischen Vater und Sohn, dass ihr dann dementsprechend das eine mit dem anderen kombiniert und verbindet und dass man darüber hinaus natürlich immer auch diverse Stadien besucht und Erlebnisse zusammen erlebt oder Siege feiert, auch sehr, sehr viele Niederlagen immer mal in den Kauf nehmen muss, wo man wahrscheinlich immer mal seinem Sohn erklären muss, hör mal, das ist zwar nicht schön, aber es gibt auch sogar noch wichtige Dinge im Leben als vielleicht nur den Fußball, macht aber gar nichts an dieser Stelle, auch dafür gibt es eine Grafik, die werde ich jetzt mal in diesem Moment einblenden, währenddessen mir der Herze gerade geschrieben hat, dass er gleich auch am Start ist und ready ist, wir wollen das Thema aber trotzdem nicht zu kurz kommen lassen und zwar habe ich mal Folgendes vorbereitet, dort sehen wir auf der linken Seite nochmal alle Standorte der diesjährigen dritten Liga auf einer schönen Karte und rechts daneben werde ich gleich nochmal einblenden den aktuellen Zuschauerschnitt, da werden wir feststellen, Bielefeld auf Tabellenplatz 2 mit 17.015 Zuschauern hinter Dresden, die da absolute Primus sind, Rot-Weiß Essen auf 3 und ich sage mal so, klar klafft dann irgendwann eine Lücke, aber dafür, dass der MSV Duisburg so grottenschlecht ist, sind sie immerhin 5 da in der Zuschauertabelle, wer hätte das gedacht, klar, da muss man jetzt die Heimspiele gegen Essen, gegen Bielefeld und gegen Münster wahrscheinlich enorm doppelt mit reinzählen oder ziehen, aber macht ja nichts unterm Strich, dementsprechend unsere Westclubs sehr, sehr gut vertreten und da natürlich an dich die Frage, haben wir gerade hinter den Kulissen schon mal ganz kurz angerissen, wie viele Stadien davon hast du denn zum Beispiel besucht? Okay, also von der aktuellen Drittliga, ich habe ja gesagt, ich habe vorher mal eben in meine App reingeguckt, sind 16, 16 von 20 Stadien habe ich gesehen, bei 18 Mannschaften war ich auswärts, weil in Dresden war ich im alten Stadion, das ist Anfang der Nuller, glaube ich, irgendwann weiß ich gar nicht mehr ganz genau und Ulm hat ja in allen gespielt, deswegen nicht in Ulm und deswegen kann man das ja auch nicht zählen, also sind 16 von 20 und 18 von 20 Teams, die ich auswärts mal besucht habe und wie gesagt, Haching und Lübeck folgen diese Saison auf jeden Fall noch, genau. Was ist so, können ja auch alle hier mal gerne bitte mit in den Chat schreiben, ich glaube, hier sind ganz viele von euch dabei, die diese Saison schon sehr, sehr oft im Stadion waren. Was von euch oder welches Stadion würdet ihr sagen, ist so euer euer Favorite, wenn es nicht um das eigene Stadion geht? Also wir sprechen jetzt im ersten Moment um Auswärtsfahrten und selbst wenn jetzt hier gleich ein Essener reinschreibt, ja, Duisburg beispielsweise, dann heißt das nicht für mich und so werde ich das auch nicht deuten, dass ihr Duisburg geiler findet als Essen. Ja, also es geht mir hier rein objektiv darum, wo würdet ihr sagen, ist grundsätzlich gut was los? Wo würdet ihr sagen, naja, herrscht auch eine gewisse Atmosphäre, vielleicht die Infrastruktur ist gegeben, das Stadion an sich ist ganz cool. Wo geht die Post ab? Also da müssen wir mal hier so ein bisschen Werbung machen. Ich hoffe, ihr habt das so ganz gut verstanden. Simon, was würdest Du denn im ersten Moment vorlegen? Ich kann ja mal nachziehen. In ein paar Stadien war ich ja auch schon beziehungsweise ich habe ja auch damals in meiner 24-Stunden-Challenge das ein oder andere Stadion zumindest unter die Infrastruktur kennenlernen dürfen. Aber Du hast natürlich noch einen größeren Erfahrungsschatz und kannst mal berichten. Du kannst aus, das ist so das Thema, Du kannst aus völlig unterschiedlichen Kriterien das Ganze bewerten. Also Du kannst anfangen bei, Ach, Freiburg hat ein wunderschönes Panorama auf dem Schwarzwald. Könnte für Dich ja ein Kriterium sein. Du könntest sagen, Aue, die Anreise ist irgendwie wunderschön oder irgendwie so. Also magst Du eine moderne Arena oder magst Du ein altes Stadion? Das ist ja auch so, das ist ja dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Also Komfort beim Fußball oder eher dieses abgeranzte Traditionsding irgendwie. Und tatsächlich, also so von den Auswärtsfahrten von allen Stadien, die hier sind, finde ich die Alm einfach immer wunderbar. So in dieser komischen Ecke da hinten rechts, altes Stadion, trotzdem in Arena-Form gebaut. Und also ich mag die Alm auswärts, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt tatsächlich, fand ich Fair positiv überraschend. Ich war schon oft gegen Fair gesehen, aber immer in Paderborn irgendwie. Oder ich war auch mal Fair in Lotte gucken, aber ich war Fair noch nie in Fair gucken. Irgendwie deswegen war ich überrascht von dem, von irgendwie so ein bisschen holländischer Flair. Nochmal so die Bande dazwischen fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Ich war auf der Grünwalder schon irgendwann Freitags und danach Oktoberfest. Auch schon ewig her. Ich habe die Karte vorhin noch gesehen, 2003 glaube ich, oder 2004. Das weiß ich gar nicht mehr. Fand ich eben, ist auch cool, aber ist natürlich so, auch als Auslöserlebnis völlig ätzend, unüberdacht, irgendwo. Also deswegen sage ich, also ich würde jetzt sagen, so von den Auswärtsfahrten finde ich Arminia Bielefeld am coolsten. Die positivste Überraschung für mich war tatsächlich Fair und von der modernen Arena-Stimmung und allem drum und dran muss man neidlos Dynamo Dresden einfach sagen, ohne dass ich in dem neuen Stadion schon war. Also ich glaube, da geht, kann man jetzt gar nicht irgendwie, also willst du da groß anderes sagen? Also das ist jetzt gerade in der dritten Liga sicherlich, was das Ganze komplett angeht, so der Primus. Das ist so. Ja, sehr interessant, wie ich finde, weil du hast ja wirklich ein breit gefächertes Spektrum, also wirklich von Zweitvertretungen, die manchmal ja gefühlt dann nur, selbst bei Heimspielen, in der SC Freiburg 2 im Dreisam-Stadion spielen sie ja, dann gefühlt vielleicht nur tausend Fans haben oder wenn überhaupt, gegen eine andere Zweitvertretung, man stellt sich vor, die Spieler für viele... nicht mal Gästeblock, aber das ist aber auch Eminett, ne, unter dem Dach da, nochmal schön, mal eine schöne Fahrt, eine schöne Tour. Ja, ich kann mich auch an Bilder erinnern von RWE, von Rot-Weiß-Essen, die dieses Jahr auch schon in Freiburg, glaube ich, diese Saison schon gespielt haben, wo die natürlich dann selber mit 3000 Mann da aufschlagen und dann kannst du natürlich auch so ein Spiel mit dem Flair, mit der Kulisse, du hast es ja vorhin gesagt, Schwarzwald, Freiburg schön, ne? Ja, Stefan, Essen hat viele Fans außerhalb mitgebracht, aber in Freiburg waren es nur 500. Hat mich selbst überrascht, ich glaube, war ein Sonntag oder irgendwie sowas, da waren sie nicht so gut vertreten, wobei, also wie gesagt, es sind wahrscheinlich viele Essen im Chat, ich lese gerade nicht, ich weiß, ihr seid dieses Jahr überall euphorisch und gut vertreten, in Freiburg war es nicht so. Dann war es letzte Saison. Machen wir es so. Ich kann nur darüber sprechen, dass ich noch zusätzlich zu den Stadienerlebnissen, ich sage mal, klar, Rote Erde brauchen wir nicht sprechen, wir brauchen Rot-Weiß-Essen, können wir mit einführen oder aufführen. Dann haben wir 1860, wo ich war, Saarbrücken, Mannheim, Lübeck war ich schon mal, Bielefeld, jetzt kommt es, kurioserweise noch nicht, das werde ich aber definitiv diese Saison machen, das kommt noch, jetzt gar nicht mehr allzu lange fern und was mich, und jetzt weiß ich nicht, ob ich da mit in die Wertung reinfalle, betrifft, aber auch nur wahrscheinlich im Sommer reinwerfen würde, wo ich war, wo aber kein Spiel zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, außer jeder Wertung leider, Stefan. Ich war, ist wirklich Aue. Ja. Hat mir sehr gut gefallen, im Sommer allerdings, bei 30 Grad, kein Spiel gewesen, aber ich weiß, die Story habe ich wahrscheinlich schon tausend mehr erzählt. Wir waren mitzüblich da, mit 170 Leuten. Die Story habe ich schon tausend mehr erzählt. Danach, nachdem ich da weggefahren bin, marschierte da so langsam so Polizei an. Und da dachte ich mir schon, wegen mir werden sie wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt da sein. Und dann kam immer mehr von allen Seiten. Dann habe ich nachher mal geguckt, hör mal, hier muss doch irgendwas los sein heute, mitten im Juli. Und tatsächlich, da spielte Erzgebirge Aue ein Freundschaftsspiel, zwei Stunden, nachdem ich da war und mein Video ja gedreht habe. Ich glaube, gegen den BFC. Oh, schlecht geteilt, hätte ich mitgenommen an deiner Stelle. Ja, ich hatte, ja, du weißt ja, wie ich unterwegs war. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin schon fünf Stunden vorher da. Das war schlechtes Zeitmanagement. Nein, aber ich glaube, da ist es gut herumgegangen. Und ja, ich kann dementsprechend nur empfehlen, zumindest was die Anfahrtswege und die Infrastruktur geht, kann man besser fast im Osten durch die Republik fahren. Also autobahnmäßig, wenn du da mal Bleifuß hast, dann bist du relativ zügig in mehrere Ecken. Das ist ganz gut. Und Modernisierung der Stadien, ich meine, jetzt haben wir gerade Aue mal angesprochen. Was haben wir da? Halle ist ja auch mittlerweile zumindest ein an den Baus kleines Schmuckkästchen, sage ich mal. Da hat RWE beispielsweise das Eröffnungsspiel diese Saison gespielt. Und ja, so kannst du deinen, sein quasi das, so schließt sich der Kreis. Gibt es jetzt irgendwie was, ohne einen Verein zu bashen? Aber wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt gerade nicht so attraktiv derzeit? Ja klar, Sandhausen ist so ein bisschen zusammengewürfelt, mag ich jetzt nicht so, weil die Stimmung einer der coolsten, obwohl es klar verloren ging, eigentlich cool war. Ist ja auch, könnte auch auf Turnier und Tour gerne mal gucken, Video drauf. Ist wirklich, war irgendwie die Reise, war es wert, Stadion mochte ich gar nicht. Aber das sind immer so diese Dinge, die irgendwie so zusammengebaut waren. Ich war in Ingolstadt, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, du hast gesagt nicht bashen, aber habe ich gegen Bayreuth gesehen, im Heimspiel war echt, boah, schwierig, sagen wir einfach mal so. Ich würde sagen, man kann auch sagen langweilig. Doch, dann bash ruhig, weil ich glaube, hier haben wir, ich habe keine Engolstadt. Das kann ich sagen, es war hyperlangweilig, es war einfach hyperlangweilig. Aber auch da, der Anfahrtsweg ist nicht schlecht. Ja, und ich freue mich richtig auf Unterhaching, weil es mit einem Kumpel bei mir so ein Running Gag ist, weil wir vor 20 Jahren immer gesagt haben, der Inbegriff der Trostlosigkeit ist auswärts Unterhaching. Er war schon da, ich nicht. Und ich habe schon zu ihm gesagt, so, dieses Jahr wird der Witz geschlossen. Ich bin in Unterhaching. Ja. Ja, ansonsten, wir haben gerade noch festgestellt, Ulm derzeit in Arlen spielend, nicht verwechseln mit AHA-Alen in Westfalen, mit AA-Alen, haben wir AA-Alen, haben wir letzte Woche mit dem Warnung gehabt. Ja, und ich glaube, da gibt es ansonsten noch einige weitere Highlights. Ich werde es noch mal kurz final einblenden, denn wir haben ja hier auch noch mal unser schönes Zuschauer-Wanking. Ich glaube, hier habe ich es an dieser Stelle. Und wir stellen fest, Dresden mit einem Schnitt von 28.000, das ist natürlich komplett brutal, also in der dritten Liga zuschauermäßig dort so weit oben anzusiedeln oder angesiedelt zu sein, ich meine, das hat ja der eine oder andere Erstligist noch nicht mal. Bielefeld auf zwei, Essen auf drei, Duisburg immerhin auf fünf. Ich meine, wenn das die sportliche Tabelle wäre, würde ich fast schon so unterschreiben. Münster dann... Wären wir wahrscheinlich aber wieder höher im Zuschauer-Ranking. Münster auf sieben. Kann gut sein, wenn wir sportlich höher wären, dann auch ein paar Zuschauer mehr hätten. Das stimmt. Der letzte Drittliga-Schnitt vor Corona lag bei 14. Also, das ist schon ein Unterschied. Sagt das irgendwas aus? Ich meine, wir hatten letzte Woche noch die Unattraktivität der zweiten Mannschaft in der Zweitvertretung. Sagt das irgendwas aus, dass dementsprechend auch die Zuschauerzahl so niedrig ist? Ich meine, klar, wo sollen sie auch herkommen? Wo sollen sie, wen sollen sie da unterstützen? Aber, auf der anderen Seite hast du es gerade angesprochen, 4.000 in Sannhausen und 2.000 in Verl. Wow. ich bin komplett... Wer wird, glaube ich, die Sendung sprengen und dann wartet dein Gast unnötig lange. Aber zum Thema Zweitvertretung könnte ich dir viel erzählen und auch zum Thema Positionierung von Liga 3. Stichwort 3 Profiligen, Bundesliga, Klubanzahl und so weiter und so fort. Und ich bin absoluter... Für mich gibt es kein Argument, auch nicht bei Dortmund 2, wo man sagt, die haben ja öfter dann nochmal irgendwie Fans im Stadion. Ich bin strikt dagegen, Zweitmannschaften in der 3. Liga, die als Profiliga aufgehangen wird, spielen zu lassen. Weil entweder du sagst, es ist eine Profiliga und es ist halt keine. Und wenn es eine ist, haben Zweitmannschaften da nichts verloren, ganz einfach. Und natürlich zieht das Zuschauerschnitt nach unten. Auch die Auswärtsspieler sind sehr oft sehr unattraktiv, muss man sagen, haben wenig Leute Bock drauf. Bei uns ist es natürlich auch, wir haben die zwei schlechtesten Saisons der Vereinshistorie gespielt und spielen jetzt noch eine schlechtere. Also jemand, da tun mir auch dann, wie gesagt, die Fans leid, die da jede Woche irgendwie Gas geben und versuchen, da Stimmung in die Bude zu kriegen. Weil irgendwann geht es einfach auch nicht mehr. Und da habe ich schon immer manchmal so echt Mitleid mit den Leuten. ja, im Endeffekt sind das so die Faktoren, warum die Zuschauer, warum der Zuschauerschnitt auch bei uns nicht so cool ist. Ich sage, 2.000, 3.000 mehr ging immer, auch in Liga 3. Aber wenn du dann da wirklich Vorletzter bist und dann, wie gesagt, auch viele, wie du sagst, da warst ja mehrere Mannschaften mit schlechtem Zuschauerschnitt, noch Verl und Sandhausen und was weiß ich, wen alles, die haben alle ja kein großes Publikum und dann kommen da wahrscheinlich solche Zuschauer. Aber du siehst ja auch, wenn Euphorie da ist in Essen oder so, was dann geht, wenn du dann irgendwie drumherum schmickst und da haben die dann einen Schnitt, wie wir den dann auch hatten, wo wir dann fast aufgestiegen sind bis Corona. Also deswegen sage ich, das ist so, muss man auch alles immer ein bisschen im Verhältnis sehen und in Relationen sehen, aber nochmal, Zweitmannschaften haben für mich in Liga 3 nichts zu suchen. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort, denn du hast ja gerade selber gesagt, dann wollen wir den Nächsten hier in dieser Reihe nicht warten lassen. War ein bisschen anders als gedacht heute Abend, aber wir haben ja trotzdem fast 45 Minuten, ich meine, so schnell vergeht die Zeit, hier über die dritte Liga gesprochen. Ich glaube, wir machen das oder vertiefen das an anderer Stelle dann demnächst gerne nochmal. Dir, wie gesagt, vielen Dank schon mal zunächst für den Einsatz heute Abend. Ich werde das Ganze in der Videobeschreibung nochmal gleich exklusiv verlinken. Leute, geht gerne mal da drauf, hinterlasst gerne ein Abo, supportet den Kanal Toni und Tour, gerne mal tun und dir, Simon, alles Gute, vielen Dank fürs Einspringen, spontane Nummer heute Abend und ich glaube, so Groundhopper-mäßig Zuschauer-Stadienerlebnisse, darüber könnte man viel länger sprechen. Sehr, sehr interessant und ja, dir gehören die letzten Worte, wie hier immer. Dann schalten wir ganz kurz mal für 10 Sekunden, ich sag mal, in die Werbung und dann geht's weiter hier mit Felix Herzenbruch und mit dem Thema rund um Rotweißessen schrägstrich Markus Ulig. Ja, vielen Dank Stefan, erstmal, dass ich mal wieder hier sein durfte nach so langer Zeit, hat mir auch mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen zu sprechen, gerade natürlich über Themen, die mir liegen, letzteres, Themenblock 2, wie du es genannt hast, können wir gerne wiederholen, auch in XL-Format, in Sommer- oder Winterpause oder so, sehr, sehr gerne und du hast ja auch schon gesagt, guck mal bei meinem Sohn rein auf den Kanal, der ist wirklich cool, ist auch nicht so, dass es irgendwie Kinder-Content ist oder sonst was, ist schon für sein Alter wirklich professional, also guckt mal drauf, abonniert das und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen Dank Simon, danke, bis später. Ciao. So, liebe Leute, jetzt werden wir hier hinter den Kulissen einmal kurz tauschen, werden einmal switchen und den guten Herzen mit reinnehmen, den lassen wir ganz kurz rein, geht sofort weiter. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir schon und er ist in XXL zu sehen. Wo erwischen wir dich gerade oder wo haben wir dich vorhin erwischt, wo ich mich bei dir gemeldet habe? Ja, tatsächlich, soll ich jetzt ganz ehrlich sein oder willst du die halbe Wahrheit? Kommt darauf an, wie schlimm es wird. Nee, ich war in Felbert und hab grad sass am Pott. So kennen wir dich. So kennen wir dich. Ja, Glückwunsch, ne, zum Sieg. Ja, ja, vielen Dank. Komm, jetzt mach dich mal nicht so klein. Das war schon nicht schlecht. Jetzt seid ihr ja wieder voll in der Verlosung drin. Ja, das war auf jeden Fall wichtig, ne. Sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ja, definitiv. Hast du die Möglichkeit, damit du nicht allzu groß im Fernseher wirkst? Ja, kennst das Spielchen doch. Sehr gut. Perfekt. Bester Mann. Bester Mann. Hör mal, ja, Breaking News hab's jetzt hier die ganze Zeit angekündigt über die komplette Laufzeit schon der ersten Dreiviertelstunde. Erstmal dir vielen Dank fürs spontane Dabeisein, fürs Einspringen, denn es hat uns natürlich eine Nachricht ereilt, die jetzt mit Sicherheit so für den neutralen Zuschauer nicht unbedingt absehbar war. Das heißt, Markus, Ulik und Rot-Weiß-Essen werden getrennte Wege gehen. Gerade aktuell noch offen, wir kommen gleich zu dem Sascha-Pellian-Artikel, kommen wir gleich auch noch, liebe Leute. Aber gerade jetzt im im ersten Moment, denn wir haben natürlich jetzt auch noch nicht so dieses Futter am Knochen, darüber können wir natürlich im Hintergrund auch nur spekulieren, das wollen wir heute Abend aber nicht machen. So mal einfach mit dem einfachsten Thema angefangen. War ich der Erste, der dich damit kontaktiert hat? Und wenn ja oder wenn nein, was ist dir im ersten Moment durch den Kopf gegangen, als du davon erfahren hast? Nein, du warst nicht der Erste, aber es ist schon wirklich erstaunlich, wie sehr irgendwie viele Leute dann noch an mich denken oder das irgendwie mit mir in Verbindung bringen, weil auf einmal in meinem Handy war auch wieder die Hölle los. Also egal, Instagram, WhatsApp, jeder schickt ihm irgendwelche Screenshots und Uli ist weg und dies und das. Ja, okay. Was habe ich jetzt damit am Hut? Nein, also was ich gedacht habe ist, ja, jetzt ist das wohl soweit, ne? Ich meine, es hatte sich jetzt nicht abgezeichnet, aber irgendwie war klar, dass da eine Veränderung jetzt irgendwann kommen wird. Also habe ich so ein Bauchgefühl gehabt. Ich habe jetzt keine klaren Anzeichen dafür gehabt, aber so ein Bauchgefühl. So ein Bauchgefühl. Ja. Nennen wir es mal Bauchgefühl. Ja. Ja, weil man muss ja auf der anderen Seite oder wir gehen mal anders, gehen wir durch dieses Thema, weil jetzt habe ich dich ja gerade gefragt, was du dabei gedacht hast. Jetzt könnte ich ja nochmal ausführen und sagen, was ich dabei gedacht habe und zwar, dass ich natürlich total überrascht war und ich gar keine Anzeichen in der Richtung verspürt habe. Liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich dieses Thema natürlich jetzt nicht in den letzten Wochen akut behandelt oder auch betrieben fortgeführt habe. Vielleicht gibt es da andere Leute, die da viel näher dran sind, wo man sagen könnte, naja, da hat sich schon was im Hintergrund abgezeichnet. Denn eins muss man ja feststellen oder festhalten, zumindest so die sportlichen Themen wurden ja letztendlich mal mehr oder weniger ad acta gelegt. Das heißt, du hattest immer mal die Thematik in den letzten Monaten und Jahren, dass du gewisse, du natürlich nicht, lieber Herze, aber gewisse Charaktere in der Mannschaft hattest, die dich vielleicht an dem sportlichen Höhenflug so ein wenig gebremst haben oder heruntergeholt haben. Du hattest immer mal wieder mit Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen, du hattest die Thematik rund um Dabrowski, wo du ja jetzt auch seit letzter Woche Klarheit geschaffen hast. Du hast den sportlichen Erfolg in der Liga zumindest. Jetzt klammern wir mal den einen oder anderen Rückschlag mal aus, weil ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht vermessen sein und sagen, man geht jetzt hier wie ein Messer durch die Butter und rasiert ja alles auf einmal weg und dementsprechend würde ich jetzt erst mal im ersten Moment sagen, für mich kommt das dann doch schon überraschend. Du siehst das oder wahrscheinlich ein bisschen anders, so wie du jetzt gerade angedeutet hast. Gibt es da, also ohne jetzt aus dem Nähkästchen auch zu plaudern, weil du hast ja gerade gesagt und das, nochmal, wir befinden uns ja jetzt gerade drei Stunden auch nach dieser Mitteilung. Das sind auch alle sehr, sehr frisch und ich möchte auch, da können wir gerne mit jemand anderem an Ort und Stelle auch nächste Woche nochmal vertiefen und mehr darüber sprechen, aber es ist ja jetzt wirklich noch frisch und man kennt jetzt nicht jedes Detail. Deswegen würdest du mir zu dem Punkt zumindest recht geben, dass sehr, sehr viele Punkte in den letzten Monaten und Jahren abgearbeitet wurden? Ja, definitiv. Also der Verein steht ja aktuell ja wunderbar da. Also anders kann man das ja nicht sagen. Klar gab es mal am Anfang der Saison diese finanzielle, Geschichte, wo dann sich nicht auch sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert haben, die Beteiligten. Aber ansonsten kann er ja über die letzten Jahre auf eine gute Arbeit zurückblicken, würde ich sagen, oder? Definitiv. Wir halten das mal fest um das hier und da bin ich einfach ganz normal auf Google. Wir wollen uns jetzt einfach hier auf ein paar Quellen beziehen, bevor wir nämlich ins ins Blaue hineinraten. Markus Uleg auf Wikipedia. Seit dem 1. November 2017 ist er als Vorstand des Drittligisten Rot-Weiß Essen wieder hauptamtlich im Fußball tätig. Und das gibt so mehr oder weniger den Werdegang her. Also dementsprechend, lass mich mal rechnen, mehr als sechs Jahre bei RWE. Und jetzt möchte ich mal aus meiner Sicht noch ein bisschen, ohne jetzt hier werten zu werden, erklären oder erzählen. Interessiert ja vielleicht die Leute auch ganz nochmal am Rande, wie ich Markus Uleg wahrgenommen habe, denn ich durfte zwei Jahre lang mit ihm zusammenarbeiten, aus anderer Position heraus und ich kann nur sagen, mir gegenüber immer natürlich aufgeschlossen, akribisch und in einer Zeit, in der wir das gemacht haben, ohne zu viel jetzt zu verraten und zu erklären, wo es aber darum geht, beispielsweise auch Dinge zu sichern in Bezug auf Sponsoring, auf Vermarktung, auf Streaming, auf Live-Erlebnisse. Also ich spreche auf die Corona-Zeit mal ein bisschen an, wovon ja damals zu Drittliga, äh, Drittliga, da wäre schön gewesen, aber zu Regionalliga-Zeiten etwas schwierige Themen auf den Tisch kamen. Und ich glaube, da haben alle Parteien, gerade auch RWE, so wie ich das so erzählen kann, euch da draußen, wirklich alles dafür getan, dass, äh, a, die Zuschauer bestmöglich versorgt wurden. Ich kann mich da an diverse Aktionen erinnern, so nach dem Motto, kauft eine Dauerkarte, sobald wir die Tore wieder öffnen können, lassen wir euch auch rein. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, über die Dauerkarte den Stream zu gucken. Ja, auch mit Sicherheit mit gewissen Anlaufschwierigkeiten, aber man tat ja auch zu Regionalliga-Zeiten wirklich alles dafür, um den Leuten den Zugang zu RWE zu gewähren. Da war er ein hauptverantwortlicher Treiber dahinter, das kann ich euch sagen. Und auf der anderen Seite musst du ja mal so sehen, dass nicht nur, ich sag mal so, die Spielergehälter bezahlt werden müssen, es müssen Sponsoren, Leistungen erbracht werden, Verträge sind im Hintergrund abgeschlossen werden und dir fällt wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie was aus anderen Töpfen weg, wie beispielsweise Merchandise. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass zu Corona-Zeiten, dass da weniger Merchandise verkauft wird, als wenn du da jedes Wochenende die Hafenstraße voll hast und dann nochmal 16.000 sich da einkleiden. Also das war damals eine schwierige Zeit, ging dann immer weiter über die Preußen-Münster-Böller-Geschichte bis hin zu Fans überfallen Bus, dann hast du das Theater gehabt mit Neithat, mit Nowak, also es nimmt ja gar kein Ende, dann hattest du zwischenzeitlich Grote, Bastians jetzt noch und, und, und und wir wollen uns gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber weiterer Artikel, der sich darauf bezieht, ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen so Passagen vor, dann macht es uns ein bisschen einfacher, vielleicht das Ganze zu verstehen, denn, die nächste Nachricht folgte schon heute, wenig später, denn Sascha Pellian traf mehr oder weniger dieselbe Entscheidung, ist dementsprechend oder scheidet auch dort als weiteres Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, das war natürlich dann für den einen oder anderen dann noch ein Stück zu viel, denn auch bei Social Media vermuten schon die meisten, was hat es dann mit dem Sponsoring auf sich, zieht er dann seine Kohle mehr oder weniger raus, denn, hier wird geschrieben, ähm, Pellian war Ende 2000, oder Mai, Ende Mai 2023 als ehrenamtlicher Finanzvorstand vorgestellt worden, als Sponsor ist er bereits seit 2019 dabei, wir wollen den Verein auf allen Ebenen weiterentwickeln, uns breiter und professioneller aufstellen, um mittelfristig höhere Ziele zu avisieren, ein wichtiger Baustein dafür ist, unter anderem die Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds, um Markus Ullig als Vorstandsvorsitzenden und Sprecher zu entlasten und die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen, mit Sascha Pellian haben wir die Ideallösung gefunden, sagte André Helf und jetzt kommt natürlich, äh, noch eine weitere Person irgendwie so mit rein in dieses Konstrukt, André Helf, seines Zeichens Aufsichtsratschef sagte das im Mai 2023. Jetzt stellt sich natürlich für den normalen Fan, so wie mich auch, die Frage, gab es da hinter den Kulissen Zoff, gab es da an entscheidender Stelle einen Bruch und was hat das Ganze für Auswirkungen, darüber können wir natürlich nur so ein bisschen fachsimpeln, ich würde jetzt mal den Chat hier so mit reinnehmen, wie seht ihr das Ganze, welche Auswirkungen könnte das haben, seid ihr eher so, dass ihr sagt, meine Fresse, nie Ruhe um unseren RWE, es ist doch gerade sportlich so schön und alles so toll, Herze, du bist ja immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit, wenn wir auch so ein bisschen spekulieren, die Glaskugel mal beiseite lassen, aber ist das generell in dem Verein insgesamt so eine schwierige Konstellation gewesen, dass du sagst, naja, Markus Ulich, sehr, sehr aktiv, ich habe jetzt gerade mal so eine Rede für ihn gehalten, ja, aber seit sechseinhalb Jahren da, aktiv, und dann gab es ja rund um die, um die, Jahreshauptversammlung bei der erstmaligen, damals ja ein Riesenthema, so nach dem Motto, oh, mit den Zahlen haben wir jetzt nicht gerechnet, wir wissen auch gar nicht, wo sie herkommen, aber sie sind halt nun mal da und könnt mich gerne korrigieren, aufgrund dessen wurde ja quasi auch Sascha Pell ja noch ein Stück weit mehr mit einbezogen, ne, wir haben ja gerade gehört, Finanzvorstand, kann mir vorstellen, dass das bei so einem Aufsichtsratschef jetzt unbedingt auch nicht gut ankam, könnte das so eine, so eine Geschichte sein, wo man sagt, da ist so ein tieferer Graben entstanden? Boah, ja, gute Frage, ich meine erstmal ganz zurück, die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast, die in den letzten Jahren passiert sind, ich meine, das ist ja wieder bezeichnend für RWE und jetzt kommt wieder so ein Ding und es hört ja einfach nicht auf und ich meine, ich habe da jetzt auch keine Hintergrundinformationen, weil ich dieses Jahr, diese Saison nicht dabei bin und was ich aber sagen kann, was halt auch schon lange so war, dass da gibt es verschiedene Fronten, da gibt es verschiedene Lager, da haben Leute ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Interessen, wollen vielleicht auch mehr Verantwortung, wollen mehr Macht im Verein und das ist nicht alles, also wie ich das mitbekommen habe in meiner Zeit, es ist nicht, dass alles in eine Richtung läuft, sondern es ist auch manchmal, ja, sind die sich untereinander nicht grün, also so, so kann man das sagen und da meine ich jetzt keine Einzelnen, auch nicht in Ulig oder irgendwie, ist es insgesamt, ist es viel Politik in diesem Verein, so würde ich das jetzt insgesamt zusammenfassen, ohne da jetzt irgendwelche, ja, Einzelheiten zu nennen oder zu wissen, aber einfach, es ist viel Politik im Verein. Aber ich spreche, ich springe mal jetzt einfach mit auf die Karre und wie gesagt, finde ich gut, wie du jetzt darauf geantwortet hast, war vielleicht eine schwierige Frage, aber sollte man nicht immer im Sinne der Sache handeln, also vielleicht das eigene Ego mal hinten anstellen, also nochmal, wir kennen die, die Details kennen wir nicht und jetzt hat ja auch gerade, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, da, der Jörg, glaube ich, schöne Grüße Jörg, morgen kommt dazu natürlich die entsprechende Pressemitteilung, ich denke mal, da wird heute Nacht fieberhaft dran gearbeitet, um das bestmöglich darzustellen, kann man es so einfach machen? Ich meine, jeder hat ja auch eine gewisse Position, wir reden hier über Vorstand, wir reden über Aufsichtsrat, wir reden über elementar wichtige Finanzvorstand, über Geldgeber, da kann man wahrscheinlich auch ganz schwer vielleicht nur sein, Ego hinten anstellen, weil auf der einen Seite will vielleicht jeder das Bestmögliche für den Verein, das würde ich jetzt jedem mal so unterstellen, auf der anderen Seite vielleicht für sich selber auch und auf der ganz anderen Seite, ähm, dass es einfach auch gewisserweise korrekt ablaufen muss, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, als Aufsichtsrat ist ja dieses Kontrollmedium oder Kontrollgremium, wo man sagt, naja, Freunde, läuft ganz gut hier, aber so und so vielleicht dann doch am Ende des Tages nicht, deswegen, ich will damit nur sagen, ähm, es gibt schon Richtlinien in so einem Verein. Ja, natürlich, es ist ja auch nicht so, dass da dann im Büro auf einmal Pfeil und Bogen ausgeholt wird und sich gegeneinander, so ist das ja nicht, ne, es ist ja schon so, dass alle im Interesse von RWE handeln und den Verein nach vorne bringen wollen, so ist es ja nicht, aber du weißt halt, wie es ist, da kommen viele, sag ich mal, Manager zusammen oder Leute, die in der Wirtschaft irgendwie eine Rolle gespielt haben bei einem Unternehmen, so Führungskräfte und wenn viele Führungskräfte aufeinandertreffen, dann ist es klar, genauso wie mit Führungsspielern, da muss sich irgendwie eine Hierarchie bilden und da wird auch sicherlich der eine oder andere mit der Rolle dann vielleicht mal nicht zufrieden sein, wie es in der Mannschaft halt auch ist und ja, so läuft das wahrscheinlich auf dieser Ebene halt auch ab und klar kann man dann eine Zeit lang das zusammen machen, aber vielleicht wird es dann irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, nee, komm, das reicht mir jetzt und vielleicht ist der jetzt gekommen, ich, ja, wie gesagt, ist es ja reine Spekulation und ich hoffe, dass da morgen eine vernünftige Erklärung kommt, womit dann alle auch irgendwie, ja, leben können und vor allen Dingen diese ganzen Gerüchte, die dann immer wieder aufkeimen rund um RWE, dann vielleicht auch damit so ein bisschen mal, ja, der Stöpsel gezogen wird. Aber das, was wir mit Sicherheit beurteilen können, weil wir ja eng an den Leuten da draußen so dran sind, wie du ja auch gerade bestätigt hast, also bist gar nicht mehr so eng am Verein beispielsweise, trotzdem poppt dein Handy auf im Sekundentakt gefühlt, kann man aber trotzdem nachvollziehen, dass die Leute sich jetzt gerade in dem Moment Sorgen machen, ne, also der Vorstandsvorsitzende von jetzt auf gleich irgendwie gefühlt weg, wenn es nicht jetzt oder morgen oder übermorgen passiert, dann spätestens zum 1.7. mit einer Neubesetzung, kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Dann hast du ja einen der wichtigsten strategischen, in Klammern dann auch noch Geldgeber mit Sascha Pellian, der dort gesagt hat, na, ich, als Vorstandsmitglied, da sehe ich mich jetzt erstmal nicht mehr, offen auch dort noch, glaube ich, ob dieses Sponsoring nach dem auslaufenden Vertrag irgendwann dann weitergeführt wird, da möchte ich jetzt auch nicht mich an Spekulationen beteiligen, aber kann man da verstehen, dass dem Fan das irgendwie sehr, sehr nahe geht, weil klar, das hört jetzt keiner gerne heute Abend, mit Sicherheit nicht, denn ich glaube, man respektiert aus Fankreisen schon heraus, was Ulig zumindest da geleistet hat, auf der anderen Seite dieses, boah, mein RWE, das ist er wieder, heute kommt mal wieder die Nachricht, hat jetzt wieder drei Monate gedauert, bis mal wieder so ein Klopper um die Ecke kommt, denn, wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Mannschaft performt im Moment recht ordentlich bis sehr gut, jetzt am Wochenende natürlich mit ein bisschen Glück, aber das gehört nun mal beim Fußball dazu, 2-2 in Dresden und du hast ja immer noch die Karten in der Hand, sodass du oben ein Stück weiter angreifen kannst, jetzt hattest du letzte Woche die Thematik Dabrowski verlängert oder wird verlängert, du als Spieler und das kannst du ja beurteilen, ich meine, morgen wird wahrscheinlich da eine Sky-Kamera mal sein an der Hafenstraße, morgen wird auch vielleicht das WDR nochmal um die Ecke marschieren, juckt das ein, ist das dann Thema in der Mannschaft, inwiefern kann das trotzdem beeinflussen, weil, so wie wir Markus Ulig kennen, war er ja dann doch schon auch nicht nur einfach der Vorstandsvorsitzende, sondern er war ja relativ nah dran. Ja, aber ich meine, das ist ja sowieso seit der dritten Liga eigentlich viel mehr geworden, was so medial da an der Hafenstraße los ist und ich glaube nicht, dass, weil da jetzt eine Kamera steht, das irgendwie groß beeinflusst, ich glaube, dass die Spieler selber, so war es bei uns ja auch immer, du hast dann nicht mehr Informationen gekriegt, meistens als der Fan draußen, das wird wahrscheinlich dann morgen genauso dann in die Mannschaft kommen und vielleicht werden sie sich vor die Mannschaft stellen und dann was dazu sagen, hoffe ich natürlich, weil oft ist es dann immer so, dann haben die Spieler oder wir damals auch was irgendwie aus Reviersport oder so erfahren und das ist natürlich immer Käse, ich bin da ja, also ich glaube, jeder ist da eher dafür, dass das der Mannschaft oder den wichtigsten Leuten im Verein vorher mitgeteilt wird, bevor sowas öffentlich wird, ich meine, das ist ja jetzt wieder nicht geschehen oder hat nicht geklappt und ja, das ist einfach schade, dass die Kommunikation immer halt irgendwie erst über Dritte geht oder irgendwelche Löcher da auftreten, wo Informationen da draußen gelangen, das ist irgendwie ja schon ein Problem seit längerer Zeit, aber zurück zur Frage, ich glaube nicht, dass das die Spieler jetzt am Wochenende groß beeinflusst. Wir können ja mal zwei weitere Themen, bevor wir das Ding jetzt gleich auf die Zielgerade bringen, zumindest im ersten Statement heute Abend, können wir mal kurz den Punkt vom Andi Frenkel mit aufnehmen, der hat nämlich geschrieben, der Herr Helf hatte sich schon auf der Homepage geäußert und auch dort werde ich jetzt einfach mal die Passage vorlesen, die RWE jetzt gerade auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, könnt ihr gerne auch selber parallel reingehen und zwar, am heutigen Nachmittag wurde medial über das bevorstehende Ausscheiden von Markus Ulick und Sascha Pellian aus dem RWE-Vorstand berichtet. Hierzu äußert sich Aufsichtsratsvorsitzender Dr. André Helf. Bevor wir uns zu diesem Thema im Laufe des morgigen Tages detailliert erklären, möchte ich aufgrund der durch die medialen Spekulationen aufkommenden Unruhe im RWE-Umfeld Folgendes erklären. Es muss sich niemand um RWE Sorgen machen. Wir sind als Verein gemeinsam durch ein sicherlich in jeglicher Hinsicht schwieriges Jahr 2023 gegangen, welches wir am Ende mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis abschließen konnten. Grundsätzlich ist der Verein mittlerweile wirtschaftlich und strukturell solide aufgestellt. Zudem spricht die sportliche Aufwärtsentwicklung im Verein für sich. Wir haben alle gemeinsam die richtigen Lehren aus dem letzten Jahr gezogen und eine gute Basis gelegt für den Aufschwung. Wir durchlaufen aktuell beide Lizensierungsverfahren für die zweite Bundesliga sowie für die dritte Liga. Hier rechnen wir in beiden Verfahren mit keinerlei größeren Schwierigkeiten. Unabhängig vom sportlichen Ausgang dieser Saison forcieren wir die positive Weiterentwicklung des Vereins auf allen Ebenen. Meinungsverschiedenheiten zwischen den handelnden Personen gibt es in jedem Unternehmen, in jedem Verein. Es ist jedoch mitnichten so, dass das Verhältnis in der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zerrüttet ist. Punkt. Kann man natürlich jetzt im ersten Moment nicht viel herausnehmen, ne? Ja, erstmal so jedem Gerücht so ein bisschen den Stecker gezogen, so klassisch. Ja. Also vielleicht hat es ja auch irgendwie ganz andere Gründe, keine Ahnung, also das wird man ja morgen erfahren. So mein, also nochmal zum Anfang, zum Bauchgefühl, zum, vielleicht hatte man das ja irgendwie abgesehen. Also was ich gedacht habe, der Mann, der steht ja jetzt seit sechs Jahren extrem unter Strom. So, und der hat da ein Arbeitspensum, was der da wirklich jede Woche abspult, das ist wirklich enorm, ne? Und, also, der ist an manchen Tagen, ist der da rumgegeistert, da dachte so, oh, das sieht nicht mehr gut aus, so, ne? Und, also es ist jetzt auch wieder Spekulation, aber ich habe gedacht, boah, vielleicht braucht der auch einfach mal eine Pause, so, und jetzt ist so, er hat das Ding so auf die Beine gestellt, habe ich einen guten Satz, ich habe den, ich habe den Zug auf die Gleise gestellt und jetzt fährt er von alleine. Vielleicht hat er so sich das als Anlass genommen und jetzt, ja, macht er einen Sittich, so, gibt das Ding gut ab und kann positiv irgendwie aus der Sache rausgehen, weil er vielleicht nicht mehr, ja, die Energie hat. Wir reden ja auch manchmal von Klopp und Liverpool, der ja genau dasselbe sagt. Das ist einfach mega anstrengend. Und Klopp ist, sag ich mal, in Anführungsstrichen nur Trainer und Uli, der ist ja auf allen Ebenen, hat er ja echt einen Arsch voll Arbeit. Der hat da jeden Tag zwölf Stunden Schichten, wenn nicht länger gehabt, ne, das ist brutal gewesen. Also da kann man vielleicht auch den Menschen dann irgendwie mal verstehen, der dann sagt, hör mal, danke, ich kann nicht mehr. Das war's, ja. Ja, also ich kann, kann dir nur beipflichten. War auch zumindest ein kurzer und kleiner Gedanke von meiner Seite, denn jeder, der ihn persönlich kennt, der wird ja wissen, was er für ein Typ ist. Und auf der anderen Seite kann ich euch nur da draußen empfehlen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war, aber es gab mal einen Podcast, der hat ja auch über seine Zeit, wie er zu RWE gekommen ist, gesprochen. Und, noch mal, auch das Thema wollen wir jetzt nicht heraufbeschwören, aber er hat ja damals nach seiner Zeit bei Arminia Bielefeld, glaube ich, war es auch schon mal eine Auszeit genommen. Deswegen, wenn es da irgendwelche Hintergründe gibt in Bezug auf, hey, man ist jetzt einfach mal durch mit diesem Thema, dann wünschen wir schon mal, oder wir wünschen generell von unserer Seite her sowieso alles Gute, egal was passiert, was man, was man macht und was für eine Aufgabe bevorsteht, können uns da natürlich jetzt auch ihr nur in Spekulationen verfangen, deswegen lassen wir das in dieser Stelle. Nochmals, es wird morgen diese weitere Erklärung dazu geben, das war jetzt gerade so das erste Statement auf der Homepage und dann gibt es ein weiteres Thema, auch damit müssen wir einmal kurz um die Ecke kommen, denn Revierstockbord berichtet unter anderem, dass schon ein Nachfolger in den Startlöchern steht und tituliert das Ganze, das wird der Nachfolger von Markus Ulick, also das knallt natürlich sofort in der in der in der Überschrift. Hat das der Wotzenjagd geschrieben? Da gucke ich mal eben, ja, der Christian, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ganz, ganz liebe Grüße und hoffentlich gehen die Klicks noch weiter rauf mit der Überschrift, alles Gute. Du wohnst doch quasi bei Reviersport, oder? Ja, der guckt wahrscheinlich gerade hier in mein Finster rein und darf ich nicht zu laut sagen. Kannst du nicht mal kurz rüber gehen? Ja, der hat viel Homeoffice, ich glaube nicht, dass sehr viel noch von mir macht. So, können wir auch mal kurz reingehen und zwar, Markus Ulick und Rot-Weiß Essen gehen spätestens am Saisonende getrennte Wege. Also das ist nach wie vor noch so ein bisschen offen. Man kann sich, wenn man zwischen den Zeilen liest und man ist im Fußballgeschäft ein bisschen zumindest unterwegs, dann wird man wissen, naja, ein neuer Vorstandsvorsitzender, der wird mit Sicherheit nicht erst am 1.7. anfangen, sondern der wird wahrscheinlich im Hintergrund, auch wenn nicht offiziell schon mal das ein oder andere Ding im Vorfeld anschieben. Gegen getrennte Wege. Sein Nachfolger steht bereits fest. Trainer Christoph Dabrowski verlängerte jüngst bis zum Sommer 2026. Vorstandschef Markus Ulrich und Finanzvorstand Sascha Pellian verlassen den Verein spätestens am Saisonende. Bei Rot-Weiß Essen geht es bei den Personalentscheidungen Schlag auf Schlag. Auch der Ulrich-Nachfolger steht nach Informationen bereits fest. Demnach wird Marc-Nikolai Pfeiffer spätestens ab dem 1. Juli 2024 der neue Chef an der Hafenstraße. Pfeiffer ist 43 Jahre alt, war zuletzt Geschäftsführer bei den Stuttgarter Kickers und davor beim TSV 1860 München. Für dich als erstes Mal sagt der gute Mann dir was. Ne, noch nie gehört. Wie kommen wir jetzt an den? Wo ist die Verbindung? Investigativ ja, Journalisten müssen da jetzt mal kramen im Internet. Wo ist die Verbindung? Es entsteht hier noch was von Einarbeiten stelle ich mir auch geil vor, wie so ein Vorstandsvorsitzender seinen Nachfolger einarbeitet. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Acht Stunden Büro und dann hier sind meine Akten, das ist das Passwort zu meinem Computer oder Wahnsinn? Man muss ja den Verein auch erst mal kennenlernen und die Abläufe, also das braucht glaube ich schon Zeit. Das letzte Mal war auch lustig, wo sowas bei RWE war. Da wurde der gute Herr Stegmann vorgestellt, der dann vom Jörn Nowak eingearbeitet wurde und zack war der Jörn weg und der Stegmann hat die Position übernommen, obwohl er es eigentlich gar nicht sollte eigentlich. Auch lustige Geschichte. Gut. Scheint auf jeden Fall trotzdem jemand sein, der vielleicht eine bisschen andere Herangehensweise mitbringt, denn ich lese mal vor, finde ich auch ganz interessant, wie das Löwenmagazin, also damals bei den Münchnern, ihn damals vorstellte, war Pfeiffer an der Technischen Universität München Absolvent des Executive Master of Business Administration in Leadership und Kommunikation. Thema seiner Masterarbeit Unternehmenskulturanalyse im Profifußball. Bringt vielleicht diesen akademischen Wert mehr mit rein, also das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, dass da vielleicht jemand jetzt mal einen anderen Wechsel einlegt, eher so den Fokus auf so, ja, Unternehmensstrukturen vielleicht mehr darauf setzt, als dieses wie Markus Oleg so, ich bin der Mann zum Anfassen, bin eher so im Sportlichen noch auch zum Teil unterwegs, treff gerne mal vielleicht die eine oder andere Entscheidung mit und gehe immer voran, ließ sich im ersten Moment so ein bisschen, ne, also das ließ sich ein bisschen theoretisch, da hast du recht. Ja, so ein bisschen theoretischer, das fehlt mir, genau. Ja, aber gut, wir beide kennen den Mann nicht, wir haben ihn noch nie gesehen, gehört und ob das überhaupt stimmt, ist die andere Frage, von daher geben wir ja jedem erstmal eine Chance, ne? Definitiv, das machen wir hier, er kann auch gerne exklusiv nächste Woche Montag hier mal in die Sendung kommen und kann sich mal vorstellen den Leuten da draußen, ist jetzt nur ein Angebot von meiner Seite, wird er mit Sicherheit annehmen, er hört uns ja jeden Montag mittlerweile zu und dementsprechend nehmen wir und runden das ganze Thema in dem Moment, im ersten Moment, liebe Leute, für euch einmal vollständig ab, ihr könnt auch gerne euren Senf hier noch in den Chat mit reingeben und reinschreiben, denn wir haben auf der anderen Seite auch bei Instagram gefragt, eure Stimme zu der bevorstehenden oder zu dem bevorstehenden Wechsel an der Führungsebene bei Rot-Weiß Essen, da habe ich gefragt, eure Stimme dazu und es haben zumindest ein paar Leute geschrieben, wenn es nicht dementsprechend dasselbe ist, besprechen wir das hier nochmal und zwar der Markus.werder, das ist unser RWE, diesmal schiebe ich aber keine Panik, gut, also wahrscheinlich waren die die letzten Themen damals eher so nach dem Motto, oh, da haben wir wieder den Abbruch und dann haben wir hier das Thema und dann hast du die Posse mit Novak und dann hast du Dabrowski, da war er wahrscheinlich ein bisschen mehr außerhalb des Sattels, hier sagt er, ich sitze fest im Sattel und sage, das ist unser RWE, diesmal schiebe ich keine Panik, kann man auch so sehen, dann haben wir hier den Marco Asindia, der im Chat aktiv ist, der schreibt, der soll dann direkt mal den Verlad und den Lakenmacher mitbringen, ja, wahrscheinlich wird es genau diese Strategie sein, dann der Brownhead Knight, der ist bei, der weiß mehr, der weiß mehr, der Brownhead, hab ich schon gesehen, ja, der ist bei 1860 nur gegangen worden, weil er die, weil er der Politik zum Opfer gefallen ist, der Typ, genau richtig bei RWE, der Typ, der Typ ist klasse, sagt er, und dann schreibt er noch, die Info mit Pfeiffer scheint zu stimmen, das 60er Portal, die blaue, 24 meldet das auch, und er schreibt, mein Gott, Brownhead, macht doch einen eigenen YouTube-Kanal, der Pfeiffer ist ein Topmann, da kann man RWE nur beglückwünschen, der hat bei 60 die Sponsoren verdoppelt, das meinte ich ja, so eher so, theoretisch zwar Zahlen und Unternehmen, aber, ja, von der Uni kommend zu wissen, wie die Formel dahinter aussieht, um das zu erreichen, verstehst du? Ja, der kann die, die P-Formel, genau, A Quadrat plus B Quadrat, der löst nach Y auf, das kann er, ja, ja, mal sehen, also, es ist ja, guck mal, durch unsere tolle Community hier, haben wir schon wieder Informationen, die wir vorher nicht hatten, das ist doch klasse, ja, ich würde sagen, da versuchen wir gleich mal eine Standleitung herzustellen zwischen dem Brownhead und dem Christian Wotzniak, das wird mit Sicherheit hier richtige Wellen nach sich ziehen, dann schreibt noch, die Manu RWE, ich bin geschockt, also komplette Gegenteil vom Markus, der eine sagt, ich trinke gleich mal eine Flasche Bier und die andere sagt, ich trinke gleich ein Tequila doppelt hinterher, also, ja, was denn jetzt, liebe Leute? und auf der anderen Seite der Kevin Knoche und Peljam gleich noch dazu, nie bekommst du Ruhe in den Laden, also, dann geht es wieder in die Richtung und der Andi Frenkel und viele, viele weitere, also, das ist schon natürlich wieder ein bestimmtes Thema, nachdem es zumindest am Wochenende ein sportliches 2-2 in Dresden gab und ich glaube, wir nehmen noch mal ein, zwei Leute hier mit aus dem Chat mit dazu, der Patrick Fischer schreibt nämlich, ich bin einfach schockiert, dass es zuerst durch die Medien geht, statt, dass das erst, zuerst vom Verein kam. Wie gehen wir damit um? Das ist wieder so ein Thema, was du gerade selber gesagt hast, ne? Als Spieler war man da schon irritiert, wenn man es dann irgendwie manchmal eher beim Reviersport gelesen hat, als wenn man irgendwie vielleicht mal von seinem eigenen Verein vorab informiert wurde und ich stelle mir nämlich bei dir geil vor, du kommst da aus der Kabine und dann steht da einer und sagt, hör mal, Herze, ja, Was ist das schon wieder? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört übrigens, Screenshot, guck mal. Ja, so lief das häufig ab und ja, im Endeffekt gewöhnt man sich irgendwann daran, aber gut ist das natürlich trotzdem nicht. Aber da stellt man sich doch immer die Frage, nicht woran hat es gelegen, das werden ja so Sachen sein, ich meine, es ist ja sogar zum Teil wirklich bei Bayern München manchmal, selbst in der heutigen Zeit nicht anders, aber da gibt es ja, gibt es ja zum Teil Gespräche, unter Verantwortlichen, da sind wirklich nur zwei, drei, vier, maximal fünf Leute, sag ich jetzt mal, da solltest du ja dann stillschweigen vereinbaren, das werden die mit Sicherheit auch tun, aber irgendwie gefühlt eine halbe Stunde später sickert da was durch. Da stellt man sich ja dann doch am Ende die Frage, naja, wenn der es nicht war und der nicht war und ich war es nicht, dann muss es der gewesen sein. Ja, es ist schwierig, also eine halbe Stunde ist natürlich übertrieben, aber sag mal, der geht dann nach Hause oder jemand geht nach Hause, erzählt das irgendwie so einem besten Freund und der dann auch wieder und das nimmt ja dann so seinen Lauf und ja, der gute Herr Wotzenjagd, der ist ja dann auch immer clever und ja, hat da ganz viele Quellen und kriegt dann sowas immer dann schnell raus und dann ist es natürlich schnell zu Papier gebracht und so schnell kann Rot-Weiß-Essen gar nicht A sagen, da hat er schon einen ganzen Satz geschrieben. Finde ich auch ganz interessant, ihr schreibt noch Mana Page, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprungen, wozu hat man dann den Rang geholt? Alexander Rang ist damit gemeint, wenn man jetzt einen Sponsorexperten holt. Ja gut, man muss dazu sagen, Alexander Rang wurde ja vorher geholt durch noch das alte Gremium bestehend aus Markus Ulich und Sascha Pellian wird natürlich Aber es ist ja auch jetzt nicht Ulichs Hauptaufgabe gewesen, Sponsoren zu akquirieren. Nein, vielleicht arbeiten die ganz viel anderes dabei. Genau, vielleicht arbeiten die dann ja wiederum auch Hand in Hand, währenddessen man ja dann sagen oder wahrscheinlich behaupten kann, dass ein Pfeiffer dann dementsprechend ja eins zu eins die Position haben wir ja gerade geklärt von Ulich einnimmt, dementsprechend auch der Chef dann unterm Strich sein wird vom Alexander Rang mit Sicherheit aber wie da jetzt die Konstellation aussieht ich glaube auch dort können wir uns kaum daran beteiligen denn 1907 E schreibt noch aber Rang wurde auf der JHV Jahreshauptversammlung präsentiert mit den Worten da hätte was Großes am Haken oder er hätte was Großes am Haken und da würde bald Vollzug gemeldet werden seitdem nichts mehr gehört ja müssten wir mal schauen oder abarbeiten auch das ist ein anderes Thema sie arbeiten Hand in Hand was nicht schafft lässt die anderen liegen ja das schreibt noch der AJ und ich würde sagen das ist zum ersten mal hier die News die uns heute Abend noch relativ kurzfristig erreicht hat und ich glaube wir tun alle gut daran das ganze Thema mal einmal sacken zu lassen wir werden das mit Sicherheit morgen erfahren in der einen oder anderen illustren Gazette wie man so schön sagt und in der bunten in der bunten mit vorne auf dem Titelcover Florian Silbereisen und Markus Ullig Hand in Hand reiten dem dem Sonnengang entgegen ja so ungefähr müssen wir uns das vorstellen nein also nochmal ich glaube wir haben zumindest ein paar Themen schon mal auf den Punkt gebracht haben ja auch aus der aus dem Internet so ein bisschen was vernommen und vorgelesen also das waren schon dann mehr oder weniger die Fakten beispielsweise der Wikipedia Eintrag und 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 also da war jetzt nichts wo wir irgendwas erfunden haben von dir wollte ich mal einfach so eine generelle Einschätzung haben wie es sich auf die Mannschaft oder den Verein auswirken kann alles andere ist Spekulatius haben wir gerade schon besprochen und wir werden das Thema auf jeden Fall verfolgen und beobachten und genau wie den sportlichen werde gern der dritten Liga denn wir haben heute den 27. Spieltag besprochen wir haben mit dem Simon schöne Grüße an dieser Stelle nochmal ein bisschen was zum Thema Groundhopping Stadionerlebnis innerhalb der dritten Liga gehört und besprochen wir haben Markus Urlik thematisiert rund um diese Geschichte bei RWE heute und wir haben euch da mit draußen mit reingenommen deswegen wäre es ultra cool von euch und das habe ich heute noch nicht einmal gesagt das ist total untypisch hinterlasst gerne mal ein paar Likes ich sehe es gerade wir sind wirklich noch unterhalb der Minimumgrenze wenn nicht dann werde ich den Herrn Pfeiffer mal fragen was man da tun könnte um das hier zu verdoppeln wird er wahrscheinlich auch eine Antwort darauf haben macht das gerne mal und Herze wie geht es dir aktuell so generell jetzt haben wir vorhin zum Einstieg gehört ähm ja ist okay du würdest jetzt so einen Sieg nicht überbewerten aber bevor ich das tue du kennst es ja das Prozedere wird hier nicht verändert einmal kurz der Jingle immer wieder gern genommen also Wahnsinn ja ja jetzt immer ja habe ich es dann doch gemacht und der Anfang war natürlich etwas schwierig weil wenn du sage ich mal seit September überhaupt nicht mehr gespielt hast bis auf das Traditionsmasters was wir natürlich gewonnen haben war überragend an dieser Stelle können wir kurz nochmal kurz einbiegen RWE gerade äh was heißt gerade aber im Januar erfolgreich äh ähm mit äh den Traditionsmasters ja das war also so da hat es mir auch richtig Spaß gemacht muss ich ehrlich sagen die Leute die haben da uns gefeiert und auch mich und das war echt toll danke nochmal für diejenigen die vielleicht dabei waren ähm genau und so kam es dann dass ich dann doch nochmal ja Fußball das macht doch eigentlich doch Spaß klar bin ich auch nicht blind und kann die Tabelle lesen ist der Tabellennetzte da wirst du wahrscheinlich nicht so oft gewinnen und äh viele Tore schießen aber gut äh man muss manchmal auch äh ja im Sinne der Familie irgendwie ein bisschen handeln ähm und hab's dann doch gemacht ist natürlich eine Umstellung irgendwie um 18 Uhr abends da in Felbert äh am Berg zu stehen da ist äh drei Grad Regen und ein extremer Wind da dachte ich schon das eine oder andere Mal hui ob das jetzt so sein muss äh gut aber ist jetzt so und ich hoffe dass wir den Klassenerhalt dann irgendwie dann doch noch schaffen wir haben ja jetzt schon zwei Siege geholt haben jetzt noch fünf Punkte Rückstand meine ich ich gucke natürlich auch nicht so auf die Tabelle ich schon und das mache ich jetzt mal eben ganz kurz ja ich meine es waren nämlich keine fünf Punkte Herze du Schlawiner warte mal reden wir jetzt über sechs ja doch es sind fünf auf Wegbergbeek aber warum hat der 15. irgendwie so eine andere Hinterfärbung ähm gibt es einen Relegationsplatz oder hängt es damit zusammen wer kommt drauf wer geht runter genau ich glaube es kommt drauf an ob dein geliebter MSV es dann irgendwie schafft noch oder nicht weil wenn die es nicht schaffen dann steigen vier ab also hoffst du natürlich in deinem Herzen dass sie drin bleiben ja natürlich äh auch allein schon wegen dir damit du äh ja auch noch Profifußball sehen kannst ja sehr nett danke für die Blumen mein Vater hat mich gestern Abend gefragt ist denn die vierte Liga wieder Amateurfußball habe ich gesagt ja da sind wir wieder beim Amateur wobei ich habe ja letztens äh damals unseren ehemaligen Trainer noch Demi Papas gefragt wie viele Mannschaften der vierten Liga abends trainieren und er sagte es wären nur vier mit uns da dachte ich wow hätte ich gedacht wären mehr also die anderen sind wohl scheinbar so halbwegs Profis wie man das so nennen kann die dann mittags oder morgens auch mal trainieren ja nur bei Felbert da machen wir es abends um 18 Uhr der Felbert Podcast ab sofort immer mittwochs abends mit dem Herze ab 24 Uhr also 0 Uhr dann aus dem schönen Stadion in Felbert kann man wirklich nur sagen ne also schön Stadion habt ihr zumindest also die die Bedingungen sind da echt äh top also der der Rasen der da gebaut wurde als Trainingsplatz der ist Müll weil da haben sie die Drainage falsch gelegt wir müssen jetzt immer auf Kunstrasen trainieren das ist für meinen Körper eher so semi gut ist übrigens ein schöner äh schönes Wortspiel von dir denn war es nicht war es nicht wirklich früher eine Müll Müll also Müll Aufschutt Gelände oder irgendwie sowas wo das entstanden ist ich meine da war vorher eine Mülldeponie und du bringst jetzt gerade das Beispiel der Kunstrasenplatz der ist Müll aber egal äh ja auf jeden Fall können wir da noch nicht auf dem Rasen trainieren äh aber das Stadion an sich ist natürlich top modern wir haben da eine schöne Sauna wir haben da eine Kältetonne die Kabine ist toll ein großer Kraftraum also das ist wirklich äh für den ja unteren Tabellenplatz äh Müllverbrennung schreibt der gerade der Pascal Müllverbrennung war da irgendwas war da nämlich ja äh kann ich dir nur beipflichten hab ich auch schon alles gesehen hab leider nicht die Eistonne in oder die Sauna nicht in inspiziert äh kannst aber trotzdem dem Oliver Kuhn schöne Grüße bestellen und dem Robin dem Robin Hilger zwei Leute mit denen ich in der Vergangenheit schon zu tun hatte und ja für den hab ich übrigens gestern hier in deinem Viertliga Podcast für den Mann des Tages gestimmt aber da kam leider hast du wirklich ja ich hab ganz kurz reingeschaut mit dir und Anton Heinz ist gestern explodiert ja ja gestern ist explodiert hier bei uns äh ja die Aachener sind gehypt ja ja für mich und dann mit Anton Heinz ich meine war jetzt nicht derjenige der komplett aus sich rausgekommen ist sollte es aber auch gar nicht sein denn er zeigt es ja hier Woche für Woche auf dem Platz du hast es ja damals kommentiert mit den drei Toren gegen Puppertal ich hab ihn ja damals genau nach dem Tor äh interviewen dürfen äh dürfen und äh da ist er ja auch komplett eskaliert äh auf seiner Art sag ich mal ne war ein guter Tag weißt du wie ich ihn gestern angekündigt habe ja wie denn hab ich ja auch schon in dem Post damals im Zitat für mich der beste Freistoßschütze Europas mach ich mir auch einfach mach ich mir auch einfach mit der Bezeichnung weil ich kenn keinen besseren ne da hast du recht ich auch nicht und deswegen kann das wohl echt so gelten ich kenn einfach keinen besseren Grimaldo der kam mal eine Zeit lang sehr nah heran in der ersten Liga dieses Jahr für Leverkusen aber sonst ja ja Herze äh ja Mensch ich glaub äh das war ein Quickie hier heute Abend zwischen uns äh macht ja aber gar nichts ist immer wieder besser als gar nichts ist immer wieder besser als gar nichts kennst du das ja hat mich gefreut äh nein unterm Strich vielen Dank dafür muss man den Leuten ja auch mal kurz erklären ich schreib dich da um äh was war's äh Viertel vor sieben irgendwie aus dem Auto heraus an nachdem ich die Mitteilung im Fitnessstudio noch auf dem Handy bekommen hatte äh zu dem Zeitpunkt war eigentlich der Simon als Gast eingeplant ist ja jetzt ein etwas verändertes Format hier immer montags 20 Uhr und wir durchlaufen hier immer gewisse Themenblöcke also nicht wie wir damals den exklusiven Spieltag mit einem Partie aus der Westklubsicht sondern wir schauen immer auf einzelne Themen heute Abend beispielsweise Markus Uhlich hatten wir das Stadion Thema und natürlich den Spieltag noch ein bisschen noch mit angerissen und ich glaube so führen wir das jetzt hier weiter durch bleibt schon für euch da draußen die Information nächsten Montag müssen wir mal gucken wie wir es mit dem anderen im Westen also der Regionalliga West hier integrieren denn der MSV Duisburg spielt leider am Sonntagabend zur ungeliebten Stadions- oder Anschlusszeit um 19.30 Uhr deswegen werden sich alle folgenden Sendungen von uns ein wenig verschieben werden wir dann alles auf den Montag nächste Woche Montag verlegen kann ich schon mal sagen also kommt gerne rein auch wenn es in der Überschrift nicht eindeutig zu erkennen ist es wird ein Mix aus Regionalliga und Dritter Liga wahrscheinlich werden bis dahin gibt es auch vielleicht noch die Möglichkeit oder die Option dass wir hier immer noch mal mit im Westen dritte Liga aktiv zu der Thematik Rot-Weiß-Essen Markus Uhlig Pfeiffer Helf und so weiter und so fort nochmal um die Ecke kommen dir Herze vielen 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 Dank dir gönnen natürlich gleich die absolut letzten Worte hier nochmal in der Verlosung und dann bleibt noch der Hinweis liebe Leute schreibt gerne mal in die Kommentare wie ihr die Situation rund um Rot-Weiß-Essen seht ist das jetzt vielleicht wirklich so eine Chance für einen weiteren Neuanfang für gewisserweise Optionen die sich auftun dass ein Pfeiffer da wirklich dementsprechend der Fachmann ist um beispielsweise neue Impulse zu setzen was das Thema Sponsoring betrifft ob ihr es aber auch schade findet dass Markus Uhlig nicht mehr am Start ist ist glaube ich ein Mann des Volkes wie ihr das Ganze seht schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare wir antworten auch wir sind um jedes Like und um jeden Kommentar sind wir erhaben oder freuen uns darüber und dann letzter Hinweis in eigener Sache es fehlen ungefähr noch ein paar Abos dann sind wir bei 3500 Abos hier bei YouTube und ich kann euch nur sagen aus meiner Feder entstehend von vor vier Jahren das soll jetzt nicht heißen dass ich es alleine hier gemacht habe ganz im Gegenteil wir ultra viele Mitstreiter ohne die das niemals funktioniert hätte aber könnt mich korrigieren der einzige der noch hier am Start ist von Anfang an von daher wollte ich das jetzt mal so sagen bin ultra stolz drauf und deswegen bitte für all diejenigen die es noch nicht getan haben einmal gerne abonnieren und dann sind wir fast bei 3500 bis zum Ende des Jahres werden wir auf jeden Fall die 4000 bis 5000 erreichen und dann freue ich mich darüber wir sehen uns nächste Woche bleibt gut in der Spur passt auf euch auf bleibt gesund und herzlich dir vielen Dank dir gehören die letzten Worte ciao ciao ja zum Thema Abonnenten dir fehlen noch genau 20 dann hast du ja 3500 die gönne ich dir natürlich 11 nur noch 11 11 das ging ja schnell es wird in 10er Schritten gerundet und du kannst immer nur die 10er Schritte sehen und ich kann aber jeden einzelnen sehen wir sind bei 3489 ja Leute dann aber 11 Menschen da jetzt nochmal ran an den Button und genau ja danke dass ich nochmal kurzfristig dabei sein durfte mache ich ja immer gerne und ja Leute lasst lasst die Gerüchteküche mal links liegen und macht euch selber ein Bild und das wird schon alles werden Rotweiß Essen wird nicht untergehen und alles halb so wild also von mir aus hier aus der Funke Media Gruppe nebenan liebe Grüße und gute Nacht subsumm und gute Nacht gönne dich d